Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Ich euch recht herzlich willkommen heiße und natürlich Vala Morghulis zur zweiten Recap-Besprechung einer Folge, die zu diesem Zeitpunkt hier leider noch namenlos ist. Wer aber nicht namenlos ist, sind wir, denn wir sind heute nur, ja, in trauter Zweisamkeit bin ich hier mit jemandem, mit dem ich schon einige Sachen doch auch zu House of the Dragon aufgenommen habe vor zwei Jahren. Auf jeden Fall war er bei den Recaps dabei und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Moinsen, Sven! Ja, ich wollte dich eigentlich erst als Wächter der Pfalz ankündigen, aber irgendwie hat es doch nicht so geklappt hier. Äh, ja, freut mich, dass du dabei bist, heute nur zu zweit. Wir hatten versucht, es mit drei Leuten auf die Kette zu kriegen, weil wir das Ganze hier aber vorproduzieren und auch da gerade ein bisschen Dampf machen müssen, weil nämlich die Screener nicht dauerhaft verfügbar sind. Sitzen wir jetzt am Ende des Tages nur zu zweit hier, voraussichtlich auch bei Folge drei, aber ich denke, davon lassen wir uns nicht unterkriegen, Sven, ne? Niemals! Ja, ja, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja, falsches Franchise. Äh, bevor wir jetzt aber reinspringen, äh, du hast natürlich auch schon die erste Folge Sun for a Sun gesehen. Wie waren denn so deine Eindrücke davon? Ich war restlos begeistert. Also, ich hab auch wirklich so ein bisschen gebraucht wieder, um reinzukommen, so mit den Figuren. Ich hab zwar auch ein Rewatch von der ersten Staffel gemacht, aber irgendwie saß das nicht so wirklich sattelfest. Und hab mir dann nochmal eine Roadmap gemacht, aber ich war nach der ersten Folge, nach den ersten paar Minuten sofort drin und dachte, grandios, ey, das sieht mega geil aus. Ja. Hammer Intro. Ja, ich saß mit riesengroßen Augen vor dem Laptop und dachte, los geht's. Also hatte ich, hatte ich das Intro auch, äh, komplett überrumpelt wie mich, ne? Mega. Mega. Ja. Wirklich, die Idee mit dem Teppich, der sich so selber knüpft. Wahnsinn. Ja, das ist auch wirklich, also, äh, Staffel 1, äh, hatte auch zwar ein tolles Intro, aber das hier ist jetzt wirklich eins für eine Targaryen-Serie. Und deshalb hätte ich mich gefreut, wenn man, äh, ja, an der Musik vielleicht nochmal etwas geschraubt hätte, aber ich glaub, das hab ich im ersten Recap, wo man natürlich auch sehr gerne reinhören kann, äh, an dieser Stelle, äh, hab ich das schon weitlich genug ausgeführt. Und, äh, ja gut, wer das hier hört, hat ja dann Folge 2 gesehen und, äh, dann wahrscheinlich auch unser erstes Recap gehört. Ich kann aber nochmal hier generell eine Warnung aussprechen. Äh, ein Recap ist ein reines Spoiler-Format, das heißt, wir werden hier, äh, gnadenlos alles wegspoilern, was diese Folge hierher gegeben hat. Und natürlich werde ich ab und an auch mal, äh, äh, so ein bisschen, äh, gefährliches Halbwissen aus den Büchern mit einfließen lassen. Äh, wir werden, äh, ja, über verschiedenste Aspekte reden. Die Inszenierung, das Schauspiel, die Kamera, generell, äh, einfach so die Gesamtheit, äh, des Ganzen. Aber natürlich auch im Hinblick auf die Charaktere und deren Interaktionen und diese ganzen Beziehungsgeflechte, ihr kennt das ja. Ja, wir müssen jetzt dazu sagen, äh, Sven, da wir das jetzt hier im Vorhinein aufnehmen, können wir natürlich noch nicht sagen, wie die Reaktionen auf das Ende der ersten Folge ausfallen werden. Wie war denn eigentlich deine und was meinst du, wie, wie so das, das Echo sein wird? Oh, also ich muss sagen, ich war so am Ende, also nicht entsetzt, aber ich dachte, nee, das machen sie nicht. Und dachte ich, nee, und ich finde, sie haben wirklich, die haben das mega clever gelöst und zeigen natürlich nicht den Tod explizit. Du siehst es auch nicht, aber du hörst es. Oh, ja. Und das fand ich, also da ist es mir wirklich eiskalt im Buckle runtergelaufen und ich dachte, ach Gott, dieses Geräusch, das kriege ich, oh, das kriege ich mindestens bis morgen nicht mehr so ganz aus dem, aus dem Gehörgang. Und da gibt es auch dann jetzt, äh, in der zweiten Folge eine Szene, wo ich dachte, boah, das ist schon deftig. Ja. Aber dass sie ja über, über Grenzen sich hinwegsetzen, das haben sie ja schon immer gerne gemacht. Ja, natürlich, klar, das, das gehört auch irgendwo dazu, die, die Provokation. Wobei ich muss sagen, sie haben es hier wirklich jetzt gut und, äh, im Rahmen der Möglichkeiten, äh, inszeniert. Und, äh, also da kann ich dir vollkommen recht geben mit dem Sound, das hat mich so ein bisschen an, also ich will es jetzt hier nicht spoilern, aber es gibt in, ähm, dem wunderbaren Film Hereditary von, äh, Ari Aster, äh, auch eine Szene, wo, wo, äh, in Hinblick auf Enthauptung oder, oder, ja, doch, Enthauptung mit, mit, äh, mit, äh, Sound gespielt wird. Und das, also da, da musste ich echt dran denken, so im Nachhinein. Ne? Das ist ähnlich unangenehm gewesen. Das ist schon echt fies. Ja. Aber ich glaub nicht, dass es da so jetzt einen immensen Aufschrei gibt. Ich denk, es werden wahrscheinlich auch viele mit, mit, äh, offenem Mund da sitzen und sich das angucken und denken, oh, ist das aber übel. Mhm. Aber ja gut, es ist halt aber auch halt, äh, man darf nicht vergessen, wer das ist, also, ne? Und es ist immer noch Game of Thrones. Deswegen, hier wird's gekleckert. Ja, wortwörtlich. Äh, ist dann aber auch, glaub ich, eine schöne Überleitung, um in die Folge reinzuspringen. Die Folge, äh, ja, die, äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Titel hat. Sie ist auf jeden Fall inszeniert von Claire Killner. Die hat ja auch schon bei der, äh, ersten Staffel von House of the Dragon Regie geführt. Und auch, äh, zuletzt bei der Fallout-Serie, mein ich. Ich glaub, Folge 4 und Folge 9 hat sie, glaub ich, gedreht. Und auch diese, ja, diese Hochzeitsfolge, die war eher wenig von Erfolg gekrönt für mich zumindest. Aber, äh, die Frau leistet trotzdem gute Arbeit. Und das Drehbuch ist von, äh, Sarah Hess ebenfalls schon an, äh, Staffel 1 beteiligt. Hat unter anderem auch die etwas umstrittene Entscheidung zu verantworten, ja, wie die neunte Episode der ersten Staffel beendet wurde. Also dieser Abgang von Reynes aus der Drachengrube. Und, äh, ich, ich muss sagen, hier jetzt in der Folge, äh, sind auch durchaus so, oder nee, nee, Quatsch. In der ersten Folge hatte ich auch fast das Gefühl, dass da so ein paar Stellen sind, wo Sarah Hess meint, immer noch diese Entscheidung rechtfertigen zu müssen als Autorin, ne? Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Aber gut, wir, äh, schließen, äh, mehr oder weniger da nahtlos an, wo wir ausgestiegen sind. Allerdings, ja, natürlich dann in King's Landing, aber, also direkt der Anfang ist schon, äh, inszenatorisch einfach, äh, anders, als man, als man es so gewohnt ist. Denn, äh, Claire Killner spielt hier viel mit Unschärfe und, äh, auch wieder mit Zaun, ne? Also wir haben, äh, eine ziemlich chaotische Geräuschkulisse, während so in der Unschärfe, äh, eine Zofe mit einem sehr blutigen Laken in, äh, in Richtung Kamera läuft. Dann setzen Klavierspiele ein mit Violine und wir sehen, ja, es ist mitten in der Nacht, aber, äh, statt dass hier alle pennen, herrscht hier reges Treiben. Und man kann auch nachvollziehen, warum, ne? Absolut. Ich dachte noch, oh, jetzt, äh, steigen wir aber direkt mit vollem Tempo ein. Aber klar, nach der Enthauptung muss man natürlich auch Reaktionen zeigen und ganz ehrlich, gleich mit was ruhigem Anfang. Nee, das absolut nicht. Also hier ist wirklich, hier laufen alle hin und her. Die, äh, Königsgarde versucht hier, glaube ich, auch ein bisschen Ordnung reinzubringen, äh, unter Ser Criston, der ja bekanntlich Lord Commander ist. Also zumindest noch in dieser Folge, ähm, also Status Quo, die haben da auch schon, also man sieht, die, die haben da auch schon irgendwie Hunde in Stellung gebracht und lassen die irgendwie auch an dem, an dem Vorhang riechen und, und versuchen die eben zu finden. Also hier werden wirklich Suchtrupps losgeschickt, um Blut und Käse ausfindig zu machen. Und dann gab's einen sehr tollen Übergang, da ist nämlich ein Goldrock, der schmeißt so einen Mann, der irgendwie einen Zementeimer mit sich herumträgt oder auf jeden Fall, ja, also ich, ich hab's als, Zement gedeutet oder, ist das, ist das falsch? Nee, hätte ich jetzt auch, hätte ich jetzt auch gedacht. Irgendwas, also auf jeden Fall, irgendwas trägt der mit sich rum und der wird auf den Boden geschubst und, äh, das, das gibt dann halt ne, 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 Zementwolke und das ist ne echt schöne Überleitung zu dem, was dann Aegon veranstaltet, ne? Ja, der gute Herr, äh, der gute König findet das natürlich nicht so dufte, was da passiert ist und flippt mal richtig aus. Oh ja, ja. Und schlägt alles kurz und klein. Genau, mit dem, mit dem Schwert des Eroberers, glaube ich. Haut er wirklich ein viseres Modell statt, äh, kurz und klein und ist wirklich, der ist völlig von Sinnen. Also der, der weiß teilweise wirklich gar nicht mehr, glaube ich, wo oben und unten ist, ist wirklich völlig, völlig, äh, frei am Drehen und seine Untergebenen haben auch schon wirklich sowas wie Angst vor ihm, ne? Also er bedroht die sowas schon und ist wirklich so in dem Modus, ich bin nur noch umgeben von Verrätern und Bösewichten und dann die ganze Zeit dieses I declare war, ne? Also jetzt ist endgültig, jetzt ist endgültig, äh, die Scheiße am Dampfen, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie hat dir Tom Glynkani in der ersten Folge gefallen? Ich war, also ich musste mich so ein bisschen wieder mit hineinversetzen, um gewisse Sachen dann auch mit aufzunehmen und klar natürlich auch in diese Position sich ein klein bisschen zu versetzen, was würdest du tun und ach, um Gottes Willen und, aber auch hier, das ist, es ist eine Szene auch so der Rest, der außen rum wirklich in Angst und um Gottes Willen, und hoffentlich lässt er seine Wut nicht an mir aus. Mhm, oder hält mich für einen Verräter, ne? Oder hält mich für einen Verräter, genau. Das funktioniert alles zusammen wirklich sehr, sehr gut. Also er sieht, finde ich, jetzt nicht so bedrohlich aus wie zum Beispiel jetzt, äh, Dämon oder Eamon, aber er hat in dem, in dem Fall, dachte ich wirklich, okay, gut, wenn ich hier wäre, würde ich auch ganz weit nach hinten gehen. Das hat mir wirklich auch gut gefallen, das ist super, super gemacht, super gespielt, du kannst wirklich die, also die grenzenlose Wut Ohnmacht und wahrscheinlich auch Angst wirklich schön mitempfinden und das hat mir auch schon richtig viel Spaß gemacht. Äh, also, äh, also, äh, nachdem man in der ersten Folge so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mit Tom Glyn Carney warnt zu werden, auch weil er irgendwie deutlich kleiner war als der vorherige Eamon in dem, äh, also ein paar Jahre früher vor dem Zeitsprung, ne? Ähm, ähm, hat mir, äh, also, äh, der ist wirklich, der, der hat den Spaß seines Lebens in dieser Rolle. Und das war hier wirklich, also, das hier ist eine Szene, die Christo als Therapie verordnet wahrscheinlich, also. Ja, er kommt einem, am Anfang, finde ich, auch so ein, so ein bisschen rüber wie so ein, wie so ein Dulli mit so einer typischen Topffrisur mit seinen Löckschen. Ja. Er sieht auch nicht, ähm, wie, na, wie soll es, wie soll es beschreiben? Man nimmt ihn auch, ich meine, man nimmt ihn ja so, man merkt es ja auch so zwischendrin, man nimmt ihn ja nicht wirklich für voll teilweise, ja, das ist, ob es Otto oder sonst was. Ja, der König, ja. Richtig, ja, und er kann halt auch wirklich machen, was er will und das weiß er halt auch. Ja, das, das hat er ja auch schon ausgespielt in der Ratszene in der ersten Folge, ne, von wegen, hoppe, hoppe, Reiter, ne? Pornhabe. Ähm, aber was, was ich bisher sehr interessant finde, also, das hatten wir auch gemeint, äh, im ersten Recap mit, also ich mit, äh, David und, ähm, Manuel, schöne Grüße, äh, wir waren doch relativ überrascht, dass Aegon nicht so eine Art Joffrey einfach nur ist, ne? Ne, also hier, was, was diese Szene mit den Bittstellern angeht, die ich ziemlich toll fand, weil man, man hatte das irgendwie schon erwartet, dass er jetzt einfach so Joffrey 2.0 wird, ne? Ja, und Tom Glynkani hat das ja auch, äh, gesagt, dass ihm das ja auch, glaub ich, wichtig ist, dass er nicht so in, in diese Schiene rutscht. Aber andererseits ist Aegon, äh, an einem ähnlichen Punkt wie Joffrey am Anfang, äh, von Game of Thrones, dass er halt eben seine Grenzen austestet, ne? Und, äh, die scheinen praktisch nicht zu existieren. Wer aber auch, äh, wenig Grenzen kennt, äh, aber doch dann hier sehr beherrscht auftritt, ist Aemond. Äh, denn wir haben eine, äh, kurze Szene, also, Aegon, I declare war, ne? Äh, der ist komplett im Modus, äh, er erklärt jetzt wirklich offiziell den Krieg für sich. Aemond ist in diesem Zimmer im Turm der Hand, äh, wo ja, äh, äh, er, äh, unter anderem war mit Kristen Cole und, äh, Otto in der letzten Folge und wo dann eben auch die beiden Hescher aufgetaucht sind. Und ihm fällt was auf, der macht nämlich ein bisschen auf, äh, Sherlock Holmes und sieht, dass, äh, auf der Karte, die er da ausgebreitet hatte, äh, diese Münzen nicht mehr liegen, die er ja vorher so, also so strategisch draufgelegt hatte. Und, ähm, deshalb guckt er dann unterm Tisch und findet eine Münze, die, äh, runtergefallen ist, die anscheinend, ja, ich mein, Blut hatte ja alle, äh, äh, Münzen eingesammelt direkt, ne? Also, die kamen ja da in diesen Raum und erst mal, ja, wir raffen erst mal, was geht, ne? Aber da siehst du schon, dass, das will dir runterfallen. Da siehst du schon, dass der nicht richtig, nicht richtig, äh, beherzt zugreift, sondern zwar zugreift, aber ein paar fallen lässt. Ja, es ist einfach ein Grobian, ne? Und, äh, genau diese Münze findet Eamon jetzt und was ich interessant fand, wir sehen nicht nur, wie er die aufhebt und betrachtet, sondern er hält die wirklich in die Kamera und wir haben sogar Unschärfe von ihm und Schärfe von der Münze. Und auf der Münze ist ein siebenzackiger Stern. Da war ich so ein bisschen am überlegen, warum das jetzt so hervorgehoben wird. Hast du da eine Idee? Nee, ich hab eigentlich eher gehofft, dass du mich da etwas weiter, etwas weiterbringen kannst. Nein, ich dachte mir schon, dass, dass, so wie es halt dargestellt ist, dass das natürlich auf jeden Fall was Wichtiges ist, aber was es genau damit auf sich hat, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, ansonsten, also ich könnte mir da jetzt auch keinen Reim drauf machen, okay, siebenzackige Münze, äh, siebenzackiger Stern auf der Münze, das kann halt nur dann irgendwie aus der Hauptstadt stammen, ne? Aber auf der anderen Seite, äh, ja gut, Eamon hat wahrscheinlich einfach seine eigenen Münzen wiedererkannt, ne? Oder, ja, ich, ich, irgendwie komisch, also, äh, darf man uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir da irgendwas, äh, vergessen, übersehen oder, oder falsch verstanden haben. Aber ich würde sagen, wir springen mal weiter, denn, äh, es gibt, äh, bevor, äh, Egon förmlich den kleinen Rad aufmischt, äh, mitten in der Nacht gibt es noch eine Szene zwischen Otto und Alicent, äh, die sich, äh, unterhalten vor dem Kamin, ja, was heißt unterhalten vor dem Kamin? Alicent ist ziemlich fertig, also, die ist schon wirklich am Heulen da und Otto versichert ihr dann aber, ja, die Tore sind geschlossen und die Täter werden gefunden werden und wir dürfen uns davon jetzt aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Und, ja, Alicent ist, ist völlig aufgelöst, weil das eine ist für sie halt, äh, ja gut, das, das Kind ist tot, das war ja immerhin ihr, ihr Enkelkind, ne? Also, hier Jay Harris, aber sie haben damit ja nicht nur, äh, äh, das Enkelkind getötet, sondern sie haben halt auch ihrer Tochter, also Helena, der Königin, damit was angetan, ne? Und das scheint für sie noch sehr viel schlimmer zu sein. Ich denke, was in dem Fall sie noch mehr auch beunruhigt haben dürfte, ist, wie einfach die in die Gemächer reingekommen sind. Ja. Weil das war ja kein immens großer Aufwand. Ne, und das war leider auch so ein bisschen, äh, der, äh, Aspekt, den wir ein klein wenig doof fanden an der ersten Folge, also, dass da wirklich kaum Wachen irgendwo sind. Das war ja schon in der ersten Staffel manchmal, also hier Driftmarkt zum Beispiel, ne, äh, fragte man sich, wo, wo sind eigentlich die Wachen und dann fragt Viserys danach und denkt sich so, der spricht jetzt das aus, was sich der Zuschauer denkt. Aber, äh, man muss ja sagen, hier in der Folge wird das ja durchaus aufgeschlüsselt, äh, was die Gründe dafür sind. Eben, und das fand ich eigentlich noch, wo ich gedacht hab, äh, das ist eigentlich noch viel, also klar, ne, Tod und so, ganz, also furchtbar, und, aber das ist halt auch wieder so ein Aspekt, der durchaus interessant werden könnte. Weil einfach die Leute zwar da sind, aber einfach nicht loyal sind und sich einfach bestechen lassen und sonst irgendwas, wo sie sagen, ja gut, wüsste was, wenn ich genug Geld hab, könnt ihr da oben machen, was ihr wollt. Weil das ist mir ganz, relativ wurscht egal. Mhm. Das ist halt auch so ein, so ein Ding, was ich mir denke, das macht halt Tür und Tor für alles auf, der irgendwie ein bisschen Kohle hat, ja. Ja, ja, natürlich, das hat man ja auch gesehen bei, äh, Blut, ne, also ist ja ehemaliger, äh, Goldrock gewesen, den ja, äh, Damon dann da bestochen hat, ne. Ja, und vor allem ist es halt so, man merkt, die, 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 also auch Alicent ist deswegen auch wohl so aufgebracht, weil, äh, also, es ist halt das eine, wenn jemand umgebracht wird, und es ist das eine, wenn jemand in deinem, in deinen eigenen vier Wänden umgebracht wird, ne, also die fühlen sich da echt nicht mehr sicher, was das angeht. Ähm, und ich, ich fand diese Szene zwischen ihr und Otto auch sehr gut, weil man sieht da, also sie weint ja da wirklich, sie, sie steht da und wirkt wirklich sehr aufgelöst. Und er will ihr dann versuchen, so die Hand auf die Rücken, auf den Rücken zu legen und sie so ein, so ein bisschen zu beruhigen von wegen, die werden bezahlen, äh, aber man merkt so richtig, kann er das nicht bei ihr, ne. Ja. Sie hat dann auch so das Gefühl, so langsam, also ich meine, sie ist ja sehr gottesfürchtig und hat so langsam das Gefühl, das ist die Strafe der Götter, ne, für ihre, für ihre Sünden. Und, äh, Otto will dann aber wissen, welche Sünden, äh, also er wirkt relativ gefasst eigentlich gegen sie, ne, weil er hat nämlich schon, äh, Spin-Doktor, der er nun mal ist vor dem Herrn, hat schon entdeckt, ja, wie sie daraus durchaus auch Kapital schlagen können, ne. Und das ist wirklich auch eine sehr, sehr clevere Idee. Ja, äh, auch wenn man jetzt so mal in der aktuellen Zeit auch wie, ähm, also in Zeiten des Krieges Propaganda funktioniert, äh, diese Folge ist fast eine Lehrstunde darüber. Oder zumindest dieser, dieser, dieser ganze Plot jetzt um, äh, diesen, äh, Trauerzug, ne. Ja. Das ist wirklich genau die Art und Weise, wie, wie, ja, auch gezielte Desinformation funktioniert einfach, ne, beziehungsweise wie man auch mit der, äh, äh, sag ich jetzt mal ganz salopp Opferkarte, wie man selbst daraus noch Kapital schlagen kann, ne. Und das, äh, sehen wir, da musst du nur in die deutsche Innenpolitik, äh, blicken, ohne das jetzt, äh, zu weit auszuführen, aber, äh, das fand ich, das fand ich wirklich interessant. Also, das ist wirklich, das ist eine der politischsten Folgen der Serie, würde ich sagen. Und das ist das, was, was gerade so, wo ich dachte, ey, das macht ihr schon in der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr haltet dieses wirklich immens hohe Niveau weiterhin durch. Und ich fand das, ich dachte noch, ja, okay, gut, jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, klar könntest du jetzt sagen, okay, ab jetzt gilt keine Gnade mehr. Ja. Aber dieser Schachzug zu sagen, okay, pass auf, wir benutzen das, ihr macht, äh, eine Prozession durch die Stadt. Mhm. Mit allen drum und dran und zeigt denen, was Rhaenyra und ihre Mörderbande da angerichtet haben, mega. Ja. Also, absolut toll geschrieben. Ich war hin und weg, weil ich dachte, das sind gerade so diese kleinen Kniffe, die so das Besondere, finde ich, auch ausmachen. Und ich war wirklich hin und weg von der Idee. Ich dachte, ey, nee, das macht ihr jetzt nicht. Krass. Ja, gut, wir haben halt immer noch fucking Otto Hightower, ne? Also, der ist ja wirklich, äh, der ist halt das Gegenstück eigentlich zu Tywin Lannister hier, wenn du mal so drüber nachdenkst, ne? Und der hätte auch so einen Schachzug ergriffen. Äh, aber da sind wir ja noch gar nicht, wo sie das so beschließen. Also, hier sagt er, es könnte auch was Gutes haben, ne? Also, wir werden zwar trauern können, aber wir können das ja auch zu unserem Vorteil nutzen. Und das sehen wir dann eben in der kleinen Ratssitzung, äh, die mitten in der Nacht einberufen wird. Äh, und wo Aegon, äh, ja, schon ordentlich am Wüten ist, ne? Also, nicht nur am Wüten, der schmeißt wirklich Sachen durch die Gegend. Also, da steht irgendein Diener mit einer Karaffe, die reißt der dem weg und, und, äh, schmeißt sie auf den Boden. Also, erst mal kommt er schon direkt reingerauschen und sagt, ja, wo waren hier die Ratsmitglieder, als der König bedroht wurde? Und dann fragt jemand anderes so, ja, wurdet ihr denn auch bedroht, euer Gnaden? Ja, nee, aber ich hätte es doch sein können, ne? Und dann, dann ist der wirklich komplett im Modus von wegen, my son is my legacy, my heir, ne? Und, äh, man merkt, der, der hält sich an einer Figur nach der nächsten fest, um irgendwie den und den Schuldigen zu finden. Das ist auch ganz typisch so, äh, Trauerphase wieder, ne? Ne, also, das hatte ich, äh, im ersten Recap auch schon gemeint, äh, bei Rhaenyra sehe ich sehr stark die, äh, die Phasen der Trauer, die einzelnen, ne? Also, dass du ja so in diesem Leugnungsprozess bist und dann irgendwie die Schuld bei allen möglichen suchst, um, äh, dich daran abzureagieren. Und, äh, ja, also, man, man merkt die, die, also, der, der ganze Rat, der kriegt so langsam echt mit, was haben wir da eigentlich angerichtet mit dem auf dem Thron, ne? Ähm, ja. Und, der, der geht wirklich eine Figur nach der anderen ab. Also, erst, Herr Christon, wo wart ihr? Ja, ich war im Bett und hab die Nachtwache abkommandiert. Ja, ganz toll. Da ist Aegon noch angepisster. Und Otto ist dann aber so, äh, ja, also, wir werden, wir werden rausfinden, wer das war. Aber jetzt ist keine Zeit für blinde Anschuldigungen. Also, wir, wir wissen ja nicht, wer es war. Ja, und dann Aegon so richtig krass im Modus von wegen, ihr überlegt ernsthaft noch, wer das war. Und kommt dann um die Ecke mit hier Bitch, Queen of Bastards, Smug, Cunt of Dragonstone. Und, äh, hat dann das Gefühl, dass Rhaenyra ihn, äh, verspottet, ne? Und dass er schwach dort steht. Ja, wobei, wobei ich auch tatsächlich sagen muss, es hat mich so ein klein bisschen verwundert, dass der Rest nicht auch mit auf diesen Zug aufgesprungen ist. Mhm. Weil sie auch dann sagen, ja, aber wir haben ja noch mehr Feinde. Es muss ja nicht unbedingt Rhaenyra gewesen sein, wo ich gedacht hab, sag mal, Paps Hightower, was ist da los? Ja, ja, das, das sagt ja dann, glaub ich, der Maester, ne? Oder, oder, nee, nicht, nicht der Maester, sondern ein anderer, äh, ach, ich, ich weiß, ich weiß den Namen nicht mehr. Dieser Adelige, der saß auch schon in der ersten Folge da. Irgendwo hab ich den Namen notiert in meinen zigtausend Notizen. Äh, der sagt dann auch, ja, ein König hat nicht nur einen Feind. Ja. Äh, aber, äh, also eigentlich, das ist so das Paradoxe, weil damit will er Aegon ja eigentlich beruhigen, ne? Von wegen, jetzt guck erst mal, aber das hat halt das Gegenteil zum Folge, weil er sagt dann, ja stimmt, ein König hat viele Feinde. Eigentlich hier, jeder, jeder hier im Raum könnte ein Verräter sein oder mit denen zumindest unter einer Decke stecken, ne? Ja, also es wird eigentlich immer schlimmer, je mehr die zu dem sagen. Und, ähm, er sucht auch natürlich Schuld bei seiner Mutter von wegen, ja, hier, du, du hast doch irgendwie, äh, die ganze Zeit dafür plädiert, dass wir, äh, Rhaenyras Leben verschonen sollen, ne? Ja, also bist, bist du jetzt zufrieden, ne? Ich meine, das sagt er zu seiner eigenen Mutter, muss man sich auch klar machen. Aber das Ganze wird auch kurz unterbrochen, äh, von Lord Laris, der ja noch nicht im, äh, Rat sitzt hier zu der Zeit. Ähm, das wird sich aber noch ändern, kann ich schon mal anteasern. Und, äh, der berichtet, sie haben, äh, denjenigen gefunden. Es ist ein bekannter Goldrock, allerdings auch bekannt für Gewalt. Äh, was hier weggelassen wird, also, äh, den Namen kennt man ja nicht hier, Blut eben, Blut und Käse, ne? Äh, der ist anscheinend ein ehemaliger Goldrock, der aber, glaube ich, äh, also zumindest, äh, in der Vorlage ist das so, der wird, äh, ähm, aus der Königsgarde, äh, unehrenhaft entlassen, weil er, äh, als er irgendwie im Suff war, eine, äh, Hure totgeprügelt haben soll. Hm. Also, der war auch schon vorher sehr, sehr aggressiv und der war ja auch eindeutig der Aggressivere von beiden, da, also selbst hier den Rattenfänger hat der ja ordentlich an die Kandarren genommen einmal, ne? Weiß gar nicht, hattest du dir die eventuell klischeehafter vorgestellt, Blut und Käse? Nö, mh, mh, absolut nicht. Also, ich, ich, die passen, die passen optimal ins Bild, die sind jetzt nicht irgendwie noch bösartiger und gemeiner als der Rest des, des Pöbels, der da irgendwo in irgendwelchen Untergründen von King's Landing rumgammelt und nur drauf wartet, irgendjemand abzustechen, ich finde das, ich finde die, die stachen jetzt nicht wirklich heraus. Mhm, ja, sollen die aber vielleicht auch nicht. Okay, gut, natürlich mit ihrer, mit ihrer Aktion klar und dass man da keine Skrupel hat und einfach sagt, okay, gut, wir nehmen den Kopf mit. Also, ich meine, er wollte es ja, das war klar, aber das natürlich zu machen, keine, ne, keine Frage, aber ich fand die jetzt nicht irgendwie besonders krass in Szene gesetzt. Was ich aber gut fand, also, da kann man auch sehr, sehr schnell in die, in die Klischee falle. Ja. Ja, gut, ich meine, also, Blut ist schon ziemlich grobschlechtig gewesen, aber jetzt auch kein totaler, äh, also, das ist jetzt nicht der Berg oder sowas gewesen, ne, das fand ich schon sehr gut. Und, äh, auf jeden Fall, äh, heißt es dann, sie haben ihn erwischt, als er durchs Göttertor entwischen wollte und er hatte den Kinderkopf dabei. Äh, und als Aegon das hört, will er direkt losziehen und ihn selber töten und dann stellt sich aber Kristen Cole in den Weg, äh, und, äh, Otto sagt dann, ja, wir, wir brauchen noch mehr Informationen und wir vertrauen da jetzt mal auf Lord Laris. Und dann kommt eben dieser Moment, äh, äh, wo Aegon meint, ja, wir, wir kennen doch unseren Feind und dann dieser, genau, Iron Road, äh, Lord Iron Road sagt, äh, wir haben mehr als einen Feind, euer Gnaden, ne. Aber, das, äh, bewirkt dann leider das Gegenteil, dass Aegon noch paranoider wird, regelrecht schon und dann wird, glaube ich, vorgeschlagen, sowohl, ich, ich glaube, von Jason Lannister, äh, oder, 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 nee, nee, Moment, das sind zwei, ne, Jason und Tailand Lannister, Tailand sitzt, glaube ich, im Rat. Mhm. Auf, auf jeden Fall wird es vorgeschlagen, äh, generell im Rat, dass, äh, man das Reich unbedingt wissen lassen sollte, wer dafür verantwortlich ist und letzten Endes ist es eigentlich auch egal, äh, weil, äh, sie, sie können ja so oder so das Rhaenyra in die Schuhe schieben, egal, wer es jetzt war, ne. Eben, ja. Und Aegon ist aber eher dafür, es dem Volk nicht zu sagen, weil er dann halt das Gefühl hat, dass er angreifbar und schwach dagegen wirkt und um das zu unterstreichen, äh, schmeißt er noch mehr Geschirr rum, ne. Der hatte bestimmt echt ordentlich Spaß, ich will nicht wissen, wie oft sie das gedreht haben und wie oft irgendwas durch die Gegend geflogen ist. Ich glaube, ich glaube, äh, wer weiß, Tom Glynkani könnte das damals sogar auch improvisiert haben, also ich meine, ich hätte da auch in den Gesichtern gesehen, dass die da damals echt, äh, so von wegen, was, was macht der als nächstes? Nö, das kann schon gut sein. Ja, und, und dann da halt in der Rolle zu bleiben, ne, aber wer auf jeden Fall, äh, äh, absolut in seiner Rolle bleibt, ist Otto, denn, äh, der sagt zu ihm ja, euer Gnaden, ihr werdet schon als schwach gesehen. Wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, die hastige Krönung, die, äh, äh, aufsehenerregende Flucht von Maylis und Raylis aus der Drachengrube, das sehen die Menschen als Omen und, äh, es gibt auch schon Geflüster oder wollen wir es so weit kommen lassen, dass es Geflüster gibt, dass Rhaenyra eventuell doch die rechtmäßige Königin sein könnte, ne, das ist wieder auch, also da merkst du auch, wie klug das geschrieben ist, äh, von George R. R. Martin und jetzt natürlich dann auch hier an der Stelle von Ryan Condell, weil, ähm, das ist ja ein Motiv, was es auch schon in Game of Thrones gab, ne, also da, äh, gibt's ja diese Unterredung einmal mit, ähm, äh, wenn du dich da noch dran erinnerst, dass, also Robert Baratheon spricht da, glaube ich, mit Cersei, äh, über die Möglichkeit, was wäre, wenn hier die Dothraki, äh, äh, ansetzen würden, ne, also, äh, in, in, äh, in Westeros, wenn die an den Stränden landen würden. Ah, stimmt, ja. Die, also, von wegen die Brandschatzen und die Feinlords verstecken sich hinter ihren hohen Mauern und, äh, wie, wie, wie lang hält das, äh, Volk da noch zu seinem abwesenden König und, äh, entscheidet sich dann dafür, ach ja, irgendwie Götfeser ist Targaryen doch auf den Thron, ne. Also, das hat mich sehr da dran erinnert und, äh, das ist auch eine ähnliche Dynamik. Aber Otto, äh, will, äh, dieses Flämmchen ersticken, äh, und du hast es ja gerade eben schon gesagt, das ist so sein Plan, den er sich ausgetüftelt hat, er will eine Beerdigungszeremonie. Und zwar nicht nur irgendwie im kleinen Kreise in der Drachengrube, sondern er will, dass das Volk das Kind sieht auf einem Wagen, äh, hinter dem dann wiederum noch die Königsfamilie herfahren soll, ne. Also, wirklich so fast schon in bester Tradition des englischen Königshauses eigentlich, ne. Und Aegon ist dann aber total dagegen, weil er meint, äh, ja, hier, mein Sohn wird doch nicht wie ein toter Hund durch King's Landing geschleift. Aber Otto hat dann eben, also, er, er meint halt, äh, Jaehaerys wird dadurch geehrt, ne. Also, er wird zur Drachengrube eskortiert, um dann verbrannt zu werden wie ein echter Targaryenprinz. Äh, ja, und Aegon ist, da bricht dann so langsam auch seine Fassade auf, weil im Grunde ist der, ist der völlig fertig und, äh, fängt dann, glaube ich, auch sogar an zu weinen, ne. Ja, es gibt da auch, das, das ist, da gibt's auch später noch eine Szene, das ist auch kurz vorm Schluss, wo du einfach auch, also, da tat er mir tatsächlich auch leid, auch da schon, weil du einfach siehst, das ist ein Kind. Ja, richtig. Und da sind grad eben alle Dämme gebrochen, da gibt's kein, ich bin der, äh, König der Siebenkönigslande, ich kann machen, was ich bin, ich bin der Geilste generell, sondern du siehst einfach, das ist nur ein Kind. Das ist ein Kind, das jetzt grad mit seinen Gefühlen einfach nett weiß, wohin. Und, ja, jetzt einfach die Dämme brechen und er auch, ja, wie du auch schon gesagt hast, auch so, so ein bisschen diese Trauer auch ein bisschen zulässt. Ja, fand ich, fand ich auch eine ganz tolle Szene, da, äh, kommen wir am Ende nochmal zu. Also, find ich, find ich generell toll, dass man, äh, da irgendwie Aegon so viel Menschlichkeit zugesteht. Äh, Otto ist dann auch weiterhin, äh, im Spin-Doktor-Modus und, also, jetzt mal Butter bei die Fische, hast du ihm das abgekauft, dass er ach so sehr um seinen Enkelsohn trauert? Ich hab mit ihm in dieser Folge generell wirklich einen, einen Konflikt, weil ich nicht weiß, wohin er will. Okay. Es ist mir so zwischendrin, also er ist an den ganzen Schambel hier ja auch nicht unschuldig. Nein. Aber er kam mir diese Folge eher als wirklicher Vermittler und besonnene Hand, die er ja ist, vor, der sagt, ey, übertreibt's nicht, wir müssen jetzt erstmal klar gucken, von wo aus wir angegriffen werden. Nein. Aber ich nehm's ihm teilweise nicht ab. Und das, aber das ist die ganze Folge, er ist wirklich so der Besonnene, der jetzt nicht sagt, okay, rauf, jetzt geht's endlich los. Mhm. Sondern er wirklich so erstmal sagt, ja, warte mal ab. Lass, lass die erstmal ihren nächsten Schach, ihren nächsten Schachzug machen. Mhm. Und wir gucken und wir reagieren, aber wir sind nicht die treibende Kraft, die jetzt irgendwas initiiert. Aber zum einen weiß er eben, äh, seinen praktischen Nutzeffekt aus der Situation zu ziehen, ne? Also er sagt dann ja sogar zu Aegon, hier, also ich, ich hab ihm das nicht abgekauft, dass er irgendwie um seinen Enkelsohn da trauert, von wegen, ach, I loved him. Und, äh, das ist dann auch nur so eine Phrase, aber er sagt dann ja im selben Atemzug ja hier, äh, Jaehaerys könnte sich jetzt als, äh, hilfreicher erweisen als tausend Soldaten auf dem Schlachtfeld und wenn wir warten, wenn wir warten, können wir dadurch eure Stärke verdoppeln, weil die ganzen großen Häuser, die werden durch diese Tat Rhaenyra reinweise die Treue abschwören, beziehungsweise zu den Grünen überlaufen. Das, das ist seine Hoffnung. Und Aegon versteht das, glaub ich, auch irgendwie nicht so richtig. Also, der hat ja wirklich, der hat keinen Bezug zur Strategie oder sonst was. Äh, der ist einfach nur so, ja, wird jetzt gemacht hier, also hast du ja schon gemerkt, von wegen, wir haben ihn gefunden, ja, wollen wir ihn vielleicht erst mal befragen oder so. Nö, nö, ich töte ihn eigenherndlich. Nö, nö, nö. Ja. Und die Kaiserin Witwe, also sprich, Königin ist ja Helena und, äh, Kaiserin Witwe ist Alicent, ne. Und sie haben die Naht, sie haben die Naht nicht bedeckt, ne, die haben sie offengelassen. Richtig. Also, die, da ist kein Blumen, da ist kein Tuch drum oder sonst irgendwas, es soll jeder sehen, was getan wurde. Ja, es ist, es ist alles, äh, Kalkül und, äh, Propaganda an der Stelle, ne, aber, äh, Alicent ist das dann auch eigentlich nicht so recht, ne, dass sie damit jetzt auch noch eingespannt wird. Also, sie wusste ja, was Otto vorhat, glaub ich, so ein bisschen, aber dass sie Teil des Ganzen ist, das schien ihr, glaub ich, in dem Moment auch neu zu sein. Mhm. Also, sagt sie dann ja, sie, sie, sie will kein Teil des Spektakels sein und Aegon ist davon ja völlig ausgenommen aus Gründen, ne, weil, äh, ich glaube, der wäre auch nicht fähig, gerade irgendwie öffentlich aufzutreten. Für den braucht sie eigentlich schon bald einen Therapeuten. Wer aber, äh, ja, obwohl, braucht sie einen Therapeuten, wir haben dann nämlich eine Überleitung zu Helena, die dort steht und, äh, irgendwie den, den Vorhang von dem Bett, glaub ich, irgendwie an sich gepresst hat. Oder auf jeden Fall Unhang, irgendein Kleidungsstück, wo sie irgendwie den, den Geruch ihres kleinen Sohnes noch irgendwie erhaschen möchte, glaub ich. Jetzt mal ein Hinblick auf Folge 1. Wie bist du eigentlich damit klargekommen, dass Helena so merkwürdig pragmatisch agiert hat am Ende dieser Folge? Es hat mich tatsächlich echt ein bisschen schockiert, weil ich gedacht hab, Moment, du bietest freiwillig dein Kind an zum Tod? Also, das, ich hab da noch gedacht, hab ich irgendwas nicht mitgekriegt oder ist das krank oder will sie halt, dass, ich hab erst gedacht, das Kind wäre wirklich auch, wird an irgendeiner Krankheit leiden, dass man sagt, hey, okay, also, es wird passieren, aber dann erlöst ihr es indirekt, ohne es zu wissen. Aber das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich krass. Sie hat mir da, also, sie war, auch vorher schon hat sie mir gewirkt, wie als, ob sie, ja, überhaupt nicht geistig richtig anwesend ist. Also, jetzt, klar, bei der, bei der Prozession sowieso nicht nach dem Tod, nach dem schrecklichen Tod, aber es war mir vorher schon so, wo ich gedacht hab, irgendwie ist die, ja, steht die, die steht dauerhaft neben sich. Ja, die ist auch generell so ein bisschen komisch, ne, also, auch schon in, in Staffel 1, die hat ja so durchaus seerische Fähigkeiten, aber die hat so, manchmal denke ich fast, die hat irgendwie was Autistisches oder so. Also, die ist schon irgendwie ein bisschen verhaltensauffällig, das würde dann natürlich auch dazu irgendwo passen, weil sie hat ja, sie hat ja schon registriert, was passiert ist, als sie sich da zusammenkauert, äh, im Schlafzimmer ihrer Mutter, wo, äh, äh, Kristen Coe sich mit ihrer Mutter wiederum vergenustwurzelt hat. Und, äh, sie hat ja, also, sie sagt ja von wegen, they killed the boy, ne, sie weiß es und auch die Tonlage, in der sie das sagt, ist, ist seltsam, äh, emotionslos an der Stelle, äh, wobei ich da, glaube ich nicht, äh, also, es liegt, glaube ich, nicht an der Darstellerin, sondern ihre Rolle ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, ja, anders, sag ich mal, ne, und vielleicht auch emotional, äh, schwieriger, also, oder wie, weiß ich nicht, also, der Darstellerin würde ich es jetzt eigentlich anlassen, dieser, äh, äh, Fire Saban heißt die ja, glaube ich. Nee, ach Gott, nee, 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 ich glaube schon, dass, also, das ist, das wird schon seinen Grund haben, warum sie so ist. Ja. Vielleicht erfahren wir später mehr, ich weiß es nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass das aufgrund irgendwie schauspielerischer Fehlleistungen, äh, so rüberkommt, sondern das ist schon bewusst so. Ja, 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 würde ich, würde ich auch sagen. Also, die, die, die wirkt schon, äh, deutlich, äh, 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 ja, äh, verstimmter, sag ich jetzt mal, als, äh, noch in Folge 1, ne? Ja. Ähm, und dann, äh, kommt Alison zu ihr und teilt ihr damit, dass sie beide gebeten wurden, Teil des Trauerzugs zu sein, dass sie sich den Leuten näher, äh, fühlen oder näher zeigen können, wenn sie die Trauer mit ihnen teilen. Und Helena will das aber überhaupt nicht. Die hat auch keinen Bezug zum Volk, sagt sie, sie, sie kennt diese Leute nicht, sie will deren Mitleid nicht. Ähm, und Alison sagt dann auch einen interessanten Satz, äh, von wegen, manchmal müssen wir so tun, als ob, weil das ist unsere Pflicht. Und da ist sie wirklich, also, die ist natürlich nicht so geschickt wie ihr Vater, aber man merkt schon, wo das herkommt, ne? Ja, aber trotzdem funktioniert's ja jetzt irgendwie nicht so wirklich gut, weil du siehst dir ja schon an und ich mein, das Volk, nachdem ja auch der, der Priester vorausschreitet und dir auch laut ausruft, was hier passiert ist und wer die Schuldigen sind oder die Schuldige ist, da siehst du es auch schon, das ist ihr absolut, das ist absolutes Unbehagen und nein, will ich alles nicht und um Gottes Willen. Da, 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 da kommen wir gleich noch zu, das fand ich eine sehr, sehr gute Szene auch, äh, in den Blick auf die Regie. Also, Helena will nicht und, äh, ich muss dazu sagen, ich habe immer Schwierigkeiten, also, es liegt auch nicht an den Darstellerinnen, absolut nicht, aber ich habe immer Schwierigkeiten zu verstehen, dass Alison ihre Mutter ist. Mhm. Also, und, 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 dass Helena wiederum eigentlich auch die Königin ist, das irgendwie, die werden natürlich auch nicht so inszeniert gut, das ist natürlich auch eine sehr intime Szene hier irgendwie, die ja auch hinter verschlossenen Türen ist eigentlich, ne? Und, äh, und, äh, Alicent, äh, ist dann, äh, weiß sich dann auch wieder als besonders einfühlsame Mutter eigentlich nicht, denn sie fängt, also, nachdem sie irgendwie was vom Pflicht erzählt hat, fängt sie an, Ja, hier, Helena, was du da letzte, äh, letzte Nacht gesehen hast, in meinem Schlafzimmer, ne? Und Helena hat dann aber überhaupt keinen Bezug dazu, gibt ihr einfach nur den Umhang und glaubt sich irgendwie so ein, ich glaube, das war so ein Spielzeugelefant oder was von ihrem Sohn, ne? Ich glaube, Pferd oder, ja, ist egal, ja, auf jeden Fall ein Holzspielzeug. Ich meine, das, das ist, glaube ich, auch so das Problem gewesen, ähm, bei, äh, also, für mich hatte das nicht ganz so einen Impact in der ersten Folge. Mit, äh, mit Blut und Käse, weil Helena als Figur ist noch okay, aber ihre Kinder hat man halt nie so wirklich kennengelernt, ne? Ja, gut, Jair Heere ist da in dieser albernen Ratszene oder bei, bei dem albernen Verhalten in der Ratszene, aber da hast du auch gemerkt, das ist jetzt eigentlich nur hier drin, damit wir zumindest mal halbwegs einen Bezug dazu bekommen, äh, welcher von den tausend Kindern das jetzt ist, ne? Eben, ja. Ja, äh, wir kommen, äh, zu dem Trauerzug, den du ja schon erwähnt hattest, also, äh, das hat hier wirklich so ein bisschen, ich, ich musste sehr an, äh, an die Polizei bei irgendwelchen Demos hier in Deutschland denken, die Stadtwache oder die, die Königsgarde, die, äh, äh, gänzen das wirklich so ab, dass die Menschen da so eine Gasse bilden, ne? Und, äh, dann wird eben der Sarg mit der Kinderleiche, äh, draufliegend und dem angenähten Kopf vorbeigefahren, äh, Helena und Alice sind hinterher und ein Herold oder was auch immer, ich glaub, ein Priester war es nicht, ein Herold eher, der ruft aus, ja, hier seht das Werk von Rhaenyra Targaryen und benutzt dabei auch wirklich, also, die, die kam auch wirklich wahrscheinlich direkt aus Ottos Kopf, so richtige Buzzwords, ne? Von wegen Kingslayer, Defiler of the Innocent, Pretender to the Throne und, äh, Kingslayer, das Wort kommt uns ja bekannt vor, ne? Kennen wir. Genau, ja, Grüße, Grüße an Jaime Lannister und seine, äh, eine noch verbliebene Hand, äh, unter einem Haufen Schutt. Und, äh, ja, und man sieht dann schon, also ich, ich muss sagen, ich fand diese Szene sehr toll inszeniert, hier kommen nämlich auch wieder die Qualitäten von Claire Killner zu, äh, zum Tragen, wie ich finde, äh, hier wirklich eine weibliche Perspektive einzunehmen. Ja, das war super gemacht, also du, du, du merkst, es ist bedrückend und du siehst auch, dass die, die, die Bevölkerung halt auch mitleidet. Ja. Ja, und natürlich dann halt auch schnell auf die Worte des, äh, Priesterherolls anspringt und von oben schon runter, schon, schon direkt in, in Kriegslaune ist und sagt, alles klar, das lassen wir uns nicht gefallen. Das Monster Rhaenyra und so, ne, da, äh, fangen dann ja auch welche irgendwie an, direkt irgendwie rumzukeifen und so und die werfen, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich hab das, ich musste da ein bisschen an Hochzeit denken, ehrlich gesagt, äh, werfen die irgendwie Reis oder sowas? Also wie, wie, wie man das eigentlich eher bei Hochzeiten kennt, ne? Oder irgend sowas, irgendwas, irgendwas Ähnliches, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt, ob es jetzt direkt Reis war, aber, ähm, ja, sie werfen, sie werfen irgendwas Feins, ich kann vielleicht auch Sand, ich weiß es nicht. Könnte auch sein, ja, aber, äh, das gemeine Volk meint's ja eigentlich nur gut mit der Königin, ne, aber, äh, Helena ist wirklich so, ihr, ihr Gesichtsausdruck, der wird Stück für Stück, äh, äh, unangenehmer. Die fühlt sich vor allem dann auch wirklich unwohl, also am Anfang wird noch so allgemeines Mitleid gespendet, aber irgendwann rufen die wirklich explizit nach ihr. Und, äh, Claire Killner hat das wirklich, also, es, es sind viele Aufnahmen von ihrer Augenpartie, ähm, und, äh, äh, dann, wie sie eben auf das Volk blickt und das, das fand ich sehr, sehr gut und also ihr Unwohlsein kam richtig, richtig, richtig gut durch und auch, dass Alison sie da, äh, ja, eigentlich auch fast schon so ein bisschen zunötigt irgendwo, ne? Ja. Also, es, es gibt dann nämlich diesen Moment, wo, äh, der Wagen im Schlamm stecken bleibt und da diese Welt sehr, sehr abergläubisch ist, fängt ein Mann direkt an zu wettern, oh, das ist der Fluch von Rhaenyra Targaryen, ne? Die, die, die hier nicht will, dass der, der Prinz, äh, ehrenvoll in der Drachengrube verbrannt wird und dann bildet sich, während die, äh, Königsgarde versucht, den, den Wagen aus dem Schlamm zu ziehen und den auch wirklich schon wie so ein, also, das fand ich schon echt makaber, die benutzen den ja wirklich bald schon wie so ein Rambock, ne? Oder, oder schieben den so hin und her und da drauf ist diese Kinderleiche, wo ich mir denke, fällt da bald der Kopf ab. Damit habe ich eigentlich eher gerechnet. Ja. Ich dachte, wenn er es jetzt noch auf die Spitze treibt, dann fällt die Leiche runter oder der Kopf rollt weg oder sonst irgendwas und dann ist aber wirklich alles offen. Ja. Aber sie haben es nicht getan. Ich dachte, ich dachte dann auch danach, es wäre vielleicht auch wirklich zu arg gewesen. Ja, außerdem war der ja festgenäht, ne? Also, sicher ist sicher. Nein, ich meine aber auch, wenn sie dann die Leiche irgendwie runterfallen lassen und sie dann nochmal in den Schlamm fällt oder so, weißt du, das wäre vielleicht wirklich ein Ticken zu nett, dass es, äh, zu anstößig ist, das meine ich jetzt nicht, sondern einfach von der Inszenierung vielleicht zu, zu arg eine Schippe draufgelegt. So ist es schon krass genug. Ja, ja, ja. Aber, also, was, was ich sehr interessant fand, dass, also, man, man hat ja dann, also, die, die umringen ja mit dem Pöbel dann sehr, sehr schnell den Wagen eben, äh, während die da den versuchen, aus dem Trump zu buxieren. Und, äh, man merkt, Helena steht dann auf und will, also, die will wirklich schon weg. Und Alison beschwichtigt sie da, aber, also, man, man versteht halt durch den Pöbel, versteht man zumindest eigentlich nicht, was sie zu ihr sagt. Aber man sieht, dass sie, äh, ja, wirklich schmerzvoll das Gesicht verzieht. Also, die, die, die will da nicht sein, die will dieses Mitleid nicht, die kennt diese Leute nicht, die hat da keinen Bezug zu. Die haben die wirklich eigentlich aus ihrem Gemach gezerrt, um, um sie irgendwie Volkstrauer betreiben zu lassen, bevor sie überhaupt Möglichkeit hatte, sich da überhaupt selber mit zu, zu arrangieren. Deshalb glaube ich sogar, dass ihre relativ, äh, pragmatische Reaktion in der ersten Folge sogar Absicht war, in Hinblick auf das hier. Weil hier merkt man ja wirklich, die will mit ihrer Trauer eigentlich nur alleingelassen werden. Ja, vor allen Dingen müsste sie halt dann auch mal anfangen zu trauern. Und die hat ja überhaupt keine Zeit für sowas gehabt. Ja, eben. Weil es ja schon die ganze Zeit halt rund ging. Und, ja, das, auf der einen Seite konnte ich es natürlich, kann man es auf jeden Fall nachvollziehen und sagen, ey, du wirst jetzt hier wirklich vor Publikum durch, durch die Straßen gezerrt. Mhm. Wobei du einfach denkst, ich will jetzt erstmal alleine sein, ich muss damit erstmal fertig werden, was ich da getan hab und den Tod verarbeiten. Mhm. Aber hier wirst du einfach zur Schau gestellt, natürlich. Aber ich glaub halt, dass sie genauso wie Egon nicht diese Tragweite, diesen Weitblick hat, was auch Otto dann später sagt. Ja. Ja, aber ich denk halt auch wirklich, wie gesagt, dass die halt auch geistig nicht, weiß nicht, vielleicht einfach, ja, ob sie jetzt eine Art von Autismus oder sonst irgendwas hat, dass die da einfach, die kommt damit überhaupt nicht zu, die ist komplett überfordert, das siehste. Die wird panisch, die wird hektisch, die will, die will weg, was du ja schon gesagt hast. Ja, die tat mir schon echt leid in der Szene, muss ich sagen, also auch schon in der vorher mit dem, also auch diese Geste, dass sie dieses Spielzeug da von Jaehaerys hatte, das war schon, das ist schon schlimm. Also ich muss auch, du hast ja auch schon gesagt hier, im Hinblick auch auf Aegon, ich gönne es wirklich keinem Vater, das eigene Kind zu Grabe zu tragen. Also ich glaub, das ist mit das Schlimmste so, also in der Herr der Ringe find ich das zum Beispiel immer ganz schlimm, wenn da Theoden um seinen jungen Sohn trauert, beispielsweise, ne? Wer aber auch noch zu Grabe getragen wird in dieser Folge, ich hab's heute mit Überleitungen, ist Blut, dieser ehemalige Stadtwachentyp, den hat Lord Laris aufgegabelt und in einer Zelle hält er ihn fest, also das wird zwischendurch parallel geschnitten, eben hiermit, ne? Und Laris hat dann dort irgendwie Folterwerkzeuge sitzen und Blut merkt dann, dass es jetzt eh nichts mehr bringt, die Information zurückzuhalten und gesteht dann, ja, hier, ich hab von Damon Tagarin den Auftrag bekommen, hier, äh, ich bin nur zur Hälfte bezahlt worden und ich hatte noch einen Komplizen, äh, also wir, wir wurden bezahlt, ne? Und dann sagt er, ja, wer ist denn wir, also Laris, ne? Und, äh, ja, ein Rattenfänger und, äh, dann hat er noch, weil er sieht halt schon die schönen Werkzeuge wahrscheinlich von Laris. Wer dich jetzt hier noch gefoltert, oder so Laris, nein, 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 aber ich, ich, ich kann nicht für den König sprechen und wie auf Bestellung kommt Aegon um die Ecke mit einer wunderschönen Keule und, äh, Blut, hat dann, er hatte, glaub ich, dann schon echt sowas wie Angst, der Typ da, ne? Ah ja, ich hab noch gedacht, okay, gut, der wird trotzdem gefüllt. Ich hab wirklich überlegt, was machen die mit dem armen Kerl, weil, ich mein, die Bestrafung bei Game of Thrones und House of, House of Dragons, die sind ja jetzt nicht irgendwie schnell und schmerzlos, sondern da wird ja, wirkt, du leidest und zwar so, dass es dem Zuschauer schon wehtut. Ja. Und ich hatte tatsächlich mit mehr gerechnet, aber also um die Ecke kommt mit seiner Keule, dachte ich, okay, mh, vielleicht hast du Glück und's geht relativ schnell. Also da, da wird auch relativ schnell weggeschnitten als, als Aegon, den er wahrscheinlich niederknüppelt. Ja, gut, man hätte aber, ah, ich muss sagen, also wirklich notwendig gewesen zu zeigen, wäre das jetzt nicht gut. Man hätte zeigen können, wie grausam Aegon da in dem Moment ist. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze auch, also da hätte man's vielleicht nicht als Parallelmontage machen sollen zu dem Trauerzug, glaub ich. Nee, also mir ging's gar nicht darum, jetzt hier ordentlich Gore zu zeigen, sondern ... Na, zur Abwechslung war nicht. Ja, dieses Mal nicht. Nein, da nicht. Aber da dachte ich halt auch, hm, okay, gut, lassen sie ihn von einem Drachen fressen oder tun sie ihn häuten. Das hatten wir ja auch schon. Nee. Aber es geht doch schon relativ schnell und sie schneiden, also sie blenden's aus. Du siehst ja nur, wer ein paar Mal ausholt und das langt dann auch. Das ist okay. Ja, also gestört hat's mich jetzt auch nicht. Also da setzt die Serie andere Prioritäten. Wir haben dann, ich weiß gar nicht, die Überleitung hiervon ist, glaub ich, nicht ... Ich glaub, es ist eher vom Trauerzug. Auf jeden Fall landen wir in Drachenstein bei Rhaenyra, die jetzt auch, ja, darüber informiert sind, was da jetzt so passiert ist. Also nicht nur, was im Bergfried in der Nacht passiert ist, sondern auch, dass Tausende diese Prozession, diesen Trauerzug gesehen haben. Und das zwar immer noch unklar ist, wie, äh, diese beiden Häscher in den Bergfried gelangt sind, aber es ist auf jeden Fall eines sicher. Rhaenyra wird, äh, äh, von ganz King's Landing und wahrscheinlich auch bald vom ganzen Reich, äh, für diese Tat aufs Härteste verurteilt. Und auch laut ihrem Maester, äh, Gerardis ist das, glaub ich, verbreitet sich die Kunde rasch im gesamten Reich. Ja, und sie sieht nicht gerade begeistert aus, muss man zugeben, aber ich dachte mir schon da, die hat, sie hatte schon einen, einen kleinen Funken Verdacht. Und ich mein, es liegt ja wirklich relativ schnell, also, liegt ja relativ schnell nah und das ist auch so eine, eine Szene, wenn Dämon nebendran sitzt. Und ich kannte Matt Smith vorher nicht so gut, aber ich muss sagen, was der da abliefert, auch schon in der ersten Staffel, das ist Wahnsinn. Dieser Gelangweilte und es ist mir so scheißegal. Ja, ja, komplett ausdruckslos, komplett ausdruckslos, wirklich, ja. Und, ja, dann ist halt ein Kind tot. Ja. Ist ja jetzt aber nicht wirklich dramatisch, weil bei uns ist ja auch jemand gestorben, ne? Wobei, wobei, er sagt ja, er sagt ja nichts darüber, also das, ich muss sagen, ich liebe diese Szene. Ich liebe wirklich diese Szene, wie die, wie die da sitzen, wie die angeordnet ist und wie es Rhaenys auf Dämon blickt und seinen Ausdruck sieht. Und die Szene dann damit beendet wird, dass Rhaenyra sich hinsetzt und dann plötzlich sieht, wie, wie Dämon eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend glotzt. Ja. Aber da sind ja noch andere Aspekte, also, äh, Maester Gerardis hat eben gesagt, ja, das verbreitet sich hier wie ein Lauffeuer. Also, Otto Hightower wird wahrscheinlich gerade irgendwie Raben, äh, im Sekundentakt rausballern. Und Rhaenyra will so schnell wie möglich dagegen vorgehen und halt eine Gegendarstellung sozusagen verbreiten und halt auch klar machen, dass das eine Lüge ist, ne? Aber, äh, so richtig kommt das auch bei ihrem eigenen Rat nicht an, weil die sagen wirklich, der Schaden, der jetzt hier angerichtet wurde, ist unermesslich für uns an einer Stelle, wo wir Unterstützung mehr denn je benötigen. Und da hat man wirklich so den Eindruck, die glauben wirklich, also, selbst der eigene Rat glaubt, dass das, äh, Rhaenyra befohlen haben könnte, ne? Ja, ich hatte es tatsächlich ein bisschen anders da aufgefasst. Für mich kam es eher so her, als ob mehr davon wussten, als nur die Beteiligten und der Auftraggeber. Ja, mir kam es teilweise so ein bisschen vor, äh, als ob alle, ja, also, ich weiß nicht, warum du das nicht weißt, aber, ähm, und sie auch, auch, sie auch alle ziemlich unbeteiligt agieren. Also, ja, die gucken alle so ein bisschen durch die Gegend. Ja, es, es traut sich keiner so richtig, ne? Ja, ja, und hoffen dann vielleicht, Moment, äh, vielleicht meldet sich ja jemand zu Wort und sagt, ja, ich glaub, das war doch ich. Ne, aber es meldet sich noch jemand anders, äh, vorher zu Wort, nämlich, äh, Sir Alfred, der, äh, dann wirklich sagt, ja, äh, euer Gnaden, ihr suchtet hier, äh, in eurer Trauer wahrscheinlich Vergeltung und habt dann vielleicht übereilt gehandelt. Also, er, er sagt es zwar nicht so direkt, aber er suggerierte schon und Rhaenyra wird da richtig ungehalten, steht auf und Rhaenys muss dann dazwischen gehen. Und als, äh, 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 Rhaenyra sich dann abregt, ja, und sich dann hinsetzt, sieht sie eben den Gesichtsausdruck von Daemon, ne? Und dann, dann knallt es in der nächsten Szene. Aber was, was ich hier noch, ähm, wichtig finde, zum einen sagt Rhaenyra, äh, wir müssen, äh, also jetzt auch als Reaktion, also nicht nur, wir müssen eine Gegendarstellung drucken, sozusagen, und verschicken, sondern wir müssen auch, äh, nur für den Fall der Fälle, wir müssen die Wachen hier auf, äh, äh, Dragonstone und auch in Driftmark verstärken. Ähm, und dann tritt einer ihrer Söhne vor und, äh, also hier Jace, der noch lebt und sagt, äh, ja, ich kann doch nach King's Landing fliegen und die im Auge behalten, weil Rhaenyra ist an der, ist an der Gurgel beschäftigt, auch wenn sie jetzt hier gerade merkwürdigerweise im Rad sitzt. Und, äh, ich, ich kann doch dahin fliegen auf meinem Drachen Wehrmax und sie lehnt das direkt ab und man weiß auch ganz genau, warum, glaube ich, ne? Weil, die will nicht noch einen Sohn verlieren, ne? Richtig. Ja, und dann kommt es, also die, die Überleitung ist auch klasse von, äh, wie sie sich da hinsetzt und dann die, die Grimasse von Damon sieht. Denn wir haben einen Schnitt und dann, äh, rappelt's hier endgültig im Karton. Sie stellt ihn zur Rede, hast du dieser Attentäter geschickt? Und er, ja, druckst so ein bisschen rum, hier ist die Rache der Königin und Mysaria hat mir die und die Namen geliefert und, äh, seine Anweisung war aber zumindest aus seinem Munde, die sollten Ämen töten und er fühlt sich auch für diesen Fehler, der da passiert ist, kein bisschen verantwortlich. Genau, und das bringt er genau so rüber. Ja, diese, diese Gelassenheit. Ja, ja. Als ob er aus, als ob er aus Versehen die Falten Gummibärchen gekauft hat, die aber trotzdem gut schmecken. Ja, aber Rhaenyra gibt sich dann, äh, wie zu erwarten nicht damit zufrieden. Und, äh, fragt dann, ja, hast du ihnen auch gesagt, was für den Fall gemacht werden sollte, dass sie Ämen nicht finden würden, ne? Und, äh, sie versteht das dann so, letzten Endes wolltest du hier eigentlich nur Hightower Blut vergießen. Und es war dir eigentlich auch egal, wer das ist wahrscheinlich, ne? Und das ist für sie dann der Siedepunkt. Also, ich weiß gar nicht, hattest du eigentlich den Eindruck, dass dieser Konflikt hier zwischen denen, also, dass das wirklich ein Siedepunkt ist, auf den hingearbeitet wurde, auch schon aus der ersten Staffel? Oder kam das für dich aus dem Nichts? Es kam nicht ganz aus dem Nichts, aber es kam mir doch schon dann relativ schnell. Weil sie ja ihm das Misstrauen wirklich ausspricht und sagt, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ja. Ich weiß nicht, für wen arbeitest du für dich. Ich meine, er sagt ja auch in, es geht ihm ja auch um die Krone. Ja. Um, und er sagt in einem Satz nicht wir oder das ist ihr, sondern seine. Seine, äh, nee, 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 der Thron seines Bruders ist das. Ah, der Thron seines Bruders. Davon redet er. Ja, genau. Und das ist für sie dann endgültig der Trigger von wegen, es ist, es ist mein Thron, äh, Daemon, ne? Und da, da merkt sie das halt dran. Und, also, durch sein Verhalten bestätigt er eigentlich am laufenden Band, was sie von ihm hält, beziehungsweise was sie ihm vorhält. Irgendwann platzt sie da halt wirklich raus mit von wegen, du, du hast mir wirklich hier größten Schaden zugefügt, du hast meinen Anspruch auf den Thron geschwächt, du hast mir die Möglichkeit genommen, hier, äh, eine Armee aufzubauen und vor allem hat das auch noch Zwietracht vor meinem eigenen Rat gesät, ne? Also, hat das schon gemerkt, dass die ihr, dass manche von denen schon glauben, dass sie das beauftragt haben könnte, ne? Und ja, die ist, die hat das Gefühl, die kann ihm nicht mehr vertrauen, die sagt dann auch wirklich, sie sieht jetzt so langsam, er ist selbstsüchtig, als Kind hat sie das noch irgendwie als Herausforderung gesehen, aber, äh, jetzt wo sie älter ist, hat sie schon genug Herausforderungen und dann ist er eigentlich nur noch so im, ja nicht, ich würde sich direkt gelangweilt, ein Defensivmodus, aber man merkt, er steigt jetzt überhaupt erstmal so wirklich in die Konversation ein, ne? Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch das, was ihn so ein bisschen getriggert hat, weil er schon so geahnt hat, worauf es hinausläuft und dass er dann nimmer so schalten und walten kann, wie er es gern macht, einfach hinter ihrem Rücken, aber das ist halt auch wirklich, er sitzt als da, dass er nicht irgendwie anfängt in der Nase zu bohren und irgendwie durch die Gegend zu schnippst, so gelangweilt und, oh, es ist mir eigentlich so scheißegal, was du mir erzählst. So abgeklärt, ja. Wirklich Wahnsinn, wie ein pubertierender 14-Jähriger, die da auch sitzt und denkt, oh, weißt du was, babbel die Wand an, aber mich interessiert es nicht, was du da von dir gibst, bis du halt wirklich dann den Triggerpunkt erwischst, ne? Ja, es ist eigentlich eh nicht unreifes Verhalten, sogar eigentlich wie von Aegon in der ersten Folge, also hier mit dem Rat nur, also ich hab schon echt überlegt, wann Damon so eine Kugel rausholt, irgendwie zum Spiel, ne? Ja, aber er ist dann doch so langsam, also er merkt so langsam, dass er sich jetzt hier doch mal verantworten muss und sagt dann, ja, aber ich hab dir doch bis hierhin treu gedient und sie hinterfragt das dann aber auch von wegen, ja, hast du das wirklich oder hast du mich benutzt, um, um dich irgendwie an was festzuklammern, von dem du eigentlich dachtest, dass du es eh schon längst verloren hättest, ne? Ja. Und dann ist das für ihn aber der Trigger, ich muss sagen, damit hab ich nicht gerechnet, dass der da aufspringt und sogar irgendwas nach ihr wirft, also auch wieder eine schöne Parallele zu Aegon, also in Anführungsstrichen schöne. Und dann sagt er, ja, hier, als du, als du gekrönt wurdest, hab ich mich da nicht dir verpflichtet und bin vor dir niedergekniet und sonst was. Und dann sagt sie, ja, das hast du schon getan, aber, äh, davor hab ich in den Wehen gelegen und du hast Kriegsrat gehalten und dich einen Scheiß dafür interessiert, wie es mir geht, ne? Hm. Und dann kommt dieser zentrale Moment, wo er vom Thron seines Bruders spricht. Und das ist für sie dann die endgültige Bestätigung an der Stelle, die schaukeln sich wirklich großartig hier hoch. Also nicht nur Matt Smith ist, äh, klasse, sondern auch wirklich, äh, Emma Darcy, also die spielen das hier mit, ja, also wie sich das eben hochschaukelt, das hat mich schon an sowas wie Marriage Story oder so erinnert. Fand ich, fand ich richtig super und es ist ja letzten Endes auch ein Ehekrach, ne? Ja, auch wenn, 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 wenn Dämon sich dafür eigentlich nicht mehr so wirklich interessiert, sondern eigentlich nur noch Krieg und Verderben übers Land sehen will. Ja, und er will seine Rache. Und seine Rache natürlich, klar. Ja, und, ja, ja, und, und sie denkt jetzt wirklich, äh, im Grunde benutzt so meinen Thronanspruch eigentlich nur dazu, um Otto Hightower endlich mal einen auszuwischen, ne? Also man darf auch nicht vergessen, den wollte er höchstpersönlich enthaupten in der zehnten Folge, als die da, äh, äh, irgendwie verhandlungsmäßig auf der Brücke standen. Und man merkt, die hat, die, die ist, die ist fertig mit dem. Und dann ist der, der kommt mit einem Ding nach dem anderen hier, äh, ja, ich, ich, äh, warum bin ich eigentlich hier? Ich müsste doch jetzt eigentlich schon unterwegs sein, um Harrenhal für dich zu gewinnen und dort eine Armee aufzustellen. Also von wegen, äh, was, was soll das hier? Du bist undankbar, ich, ich unterstütze deinen Thronanspruch oder sonst was. Und dann haut sie die finale Frage raus, auf die er wirklich keine Antwort mehr findet. Also ich meine, der, der versucht sich ja jetzt zumindest noch irgendwie in der Defensive zu rechtfertigen. Aber dann haut sie das zentrale Element raus. Akzeptierst du mich eigentlich als deine Königin und Herrscherin oder tust du es nicht? Und die Szene spricht dahingehend auch Bände, weil während sie das zu ihm sagt, dreht er ihr konsequent den Rücken zu. Den Rücken zu. Genau, ja. Das fand ich auch. Mega gemacht. Also wirklich absolut genial. Das ist, das ist wirklich, das ist gut geschrieben, das ist gut gespielt. Also da war ich, da war ich richtig begeistert. Dass das, also man, man hat es geahnt, dass es zwischen denen auch irgendwie scheppern würde. Das war ja auch schon, äh, wenn du dich erinnerst, am Ende der ersten Staffel, da gibt's ja auch diesen Moment, wo er wirklich ungehalten wird, wo es auch um seinen Bruder geht und das Lied von Eis und Feuer. Und er sie dann wirklich so schon wirklich am Hals packt und fast schon würgt. Weil da die Wut auf seinen Bruder ist und die kommt hier auch wieder zurück, weil sie merkt halt, dass, dass er eigentlich nur die ganze Zeit, also auch über die Jahre vorher, dass er eigentlich nur an seinen eigenen Triumph interessiert war und schon von Anfang an auch Viserys nicht unterstützt hat in einer Phase, wo er ihn gebraucht hätte, nämlich als Viserys seine, seine Frau verloren hat, ne? Ja, also Aymar, ne? Also da, da hätte, äh, ihr Vater Daemon schon benötigt und Daemon hat aber eigentlich nur noch Verachtung übrig für seinen Bruder und meint dann, ja, Viserys hat das mit dir doch nur gemacht oder, oder hatte, hatte Angst vor mir, hatte Angst in meinem Schatten zu stehen, weil er immer wusste, dass ich eigentlich der Stärkere von uns beiden bin. Und dann, dann, dann kloppen sie sich noch darum von wegen, hier, ich bin, ich bin mit ihm aufgewachsen, ja, aber ich bin seine Tochter. Und dann haut er nochmal richtig hämischen Quatsch raus. Äh, meinst du wirklich, er hat dich, er hat dich zu Erben gemacht wegen deiner Weisheit oder wegen deinem guten Herz oder sonst was? Oder wie, wie, wie hast du das dann verstanden, warum, also wie, im Hinblick auf Daemons Charakter, warum er da so agiert an der Stelle? Ja, weil sie ihn halt einfach wirklich an, und sie, sie kennt ja seine, seine empfindlichen Stellen. Ja. Und ich denke, in dem Moment hat sie einfach nicht mehr weiter gewusst und hat gesagt, okay, gut, du hast hier so einen Scheiß angezettelt. Ja. Jetzt verletze ich dich auch mal bewusst und er kommt ihr ja auch sehr, sehr nahe, wo ich gedacht habe. Ja, wieder ähnlich wie in der, in der zehnten Folge da, ne? Genau. Ja, ja. Wo ich gedacht habe, oh, jetzt könnte es, aber er zügelt sich. Ja. Und, ja, also, er wird woanders so die Sau rauslassen, keine Frage. Und er geht auch, was ja auch dann tatsächlich so der, der wirkliche Bruch dann auch ist. Zumindest kam es, kam es mir so vor, ohne jetzt, dass sie groß war. Sie sagt ja zwar auch später da noch ein paar Worte dazu, aber da dachte ich auch, okay, jetzt ist es halt, naja, gut, er wird schon noch seine Verbündeten bestimmt finden. Da gibt es bestimmt genug, die ihm folgen, weil sie halt einfach auch merken, okay, gut, der macht keine Gefangenen und wenn er was will, dann nimmt er sich das Ende. Da wird es keine Diskussion geben. Oder er wird so lange intrigieren, bis irgendwas passiert. Ja, ich, ich denke schon, dass sie eine, vielleicht sogar die Einzige ist, die wirklich weiß nicht, wie es in ihm aussieht. Ich glaube, das weiß keiner, aber sie kennt seine, zumindest ein paar Schwachstellen. Ja, und die triggert sie hier wirklich schon wie bei so einer Akupunktur, ne? Also einen, einen Punkt nach dem anderen und es ist auch sehr bezeichnend, dass der Konflikt auch wieder genau dann eskaliert, wo es eben um Viserys geht, ne? Und um das Verhältnis zwischen Daemon und, und seinem Bruder. Daemon ist ja auch der festen Überzeugung, dass Rhaenyra letzten Endes nur benutzt wurde, um Daemon auf seinen Platz verweisen zu können, weil, weil Viserys in Wahrheit Angst vor ihm hatte. Und Rhaenyra sagt dann, und, und das ist, das ist so der finale Trigger dann endgültig. Äh, sie sagt, Viserys hatte keine Angst vor dir, er konnte dir nicht vertrauen, ebenso wenig wie ich, ne? Und da ist dann endgültig Feierabend, er geht raus, schlägt sogar die Tür hinter sich zu und geht auch völlig ungeniert an, ich meine, Bela, das ist seine Tochter, ne? An der geht er einfach so vorbei, die kommt zu Rhaenyra und merkt dann auch sofort, oh, irgendwas ist hier gerade passiert, ne? Da ist ja auch irgendwie was Zerbrochenes auf dem Boden, lässt sich dann aber trotzdem nichts anmerken und Rhaenyra gibt ihr dann eine relativ, ja, äh, pragmatische Anweisung hier, du sollst, äh, auf Mondtänzerin sollst du, äh, über, über King's Landing mit deinem Drachenfliegen Abstand halten, weil wir müssen wissen, was da vor sich geht, ne? Und, äh, als Bela dann auch nach ihrem Vater Daemon fragt, sagt ihr dann einfach nur, so, ja, er muss seinem eigenen Weg folgen und das tut er dann auch, Daemon macht sich vom Acker mit seinem Drachen Charaxis, der ja auch genannt wird, der Blutwurm und, äh, ich kann's immer wieder sagen, ich find dieses Viech so geil, wirklich. Ja, find ich auch, und die sehen auch, find ich, einen Ticken geiler aus als in der ersten Staffel. Die sind, die sind detaillierter, die werden auch immer geil in Szene gesetzt, wenn sie dann auch, äh, schreien, Dragon! Ja! Und du siehst das Ding am Himmel vorbeifliegen und alle gucken hoch und du denkst nur, oh, im Himmels will ich, stell dir mal vor, du bist da unten irgendein armer Schafshirte. Und der Drache beschließt, eigentlich keine schlechte Idee, ich hätte mal Lust auf ein Stück Mensch. Ja, das war's. Und die sind mega geil in Szene gesetzt und ich find auch wirklich, dass sie da an der CGI nochmal ordentlich geschraubt haben, das sieht wirklich richtig toll aus. Ja, also auch in der Folge davor, in der, ich mein, der ersten Staffel war ja so ein bisschen das Ding, ja, die Drachen, die sahen halt schon besser aus, wenn sie irgendwie in der Höhle waren und so ein bisschen, oder auf jeden Fall, dass das mit Dunkelheit kaschiert wurde, ne? Ich mein, nichts kann man besser mit Dunkelheit kaschieren als CGI, aber hier ist es wirklich, also, Caraxes, oh, generell allein schon, allein schon dieser mega lange Hals und dann dieser, dieser Quietschschrei von dem irgendwie auch, der hat einen ganz, ganz besonderen Sound, haben sie da auch irgendwie verwendet, das ist so geil, wirklich. Damit ist Damon jetzt erstmal aus dem Spiel. Was noch ein wichtiges Detail ist, hast du gesehen, wer bei Rhaenyra vor der Tür Wache steht? Ähm, nee. Das ist ja Arik, oder Eric, Arik. Fand ich interessant, dass er schon da so subtil im Szeneaufbau vorkommt, weil der ist ja noch wichtig in dieser Folge, ne? Genau. Aber dazu kommen wir später, denn wir springen wieder zu King's Landing und zu Helena, das ist eigentlich auch nur eine relativ kurze Szene, die flankiert von ihren Zofen, also im Roten Bergfried die Treppen hochsteigt und als genauen Gegenentwurf dazu kommt Aegon ihr von oben entgegen, flankiert von der Königsgarde. Beide bleiben dann kurz so auf dem Treppenabsatz stehen, bis Aegon dann weitergeht und sie dann auch eilig weg. Das fand ich echt eine gute Szene und da musste ich mir auch halt wieder ins Gedächtnis rufen. Also die sind nicht nur König und Königin, die sind ja auch Geschwister, ne? Also die sind verheiratet und wiederum Geschwister. Vergisst man auch gerne mal wieder, gell? Ja, ja, das ist echt bescheuert. Also das sprach halt auch wirklich Bände. Das war jetzt auch, ich glaube auch, dass das Absicht war, das direkt nach dem oder fast direkt nach dem Zerwürfnis jetzt von Rhaenyra und Daemon zu zeigen, weil man merkt, Aegon und Helena haben sich auch nichts mehr zu sagen. Also ob das jemals mal so war, kann man jetzt auch geteilter Meinung sein. Aber man merkt, da ist auch, also da ist halt der Tod des gemeinsamen Kindes zwischen denen, ne? Ja. Gott, er, Helena kann einem echt nur leid tun in dieser Folge. Dann haben wir noch einen kurzen Moment, wo Sir Kristen Cole zusieht, wie das Wett von Prinz Jaehaerys abgebaut wird. Ja, und da wird dann auch das Laken durch die Gegend geschleppt, was, äh, ja, komplett in Blut getränkt ist, ne? Ja, ist eine kurze Szene, die fand ich sehr bedrückend, grad so, weil auch Cole halt das schon sehr betroffen reinguckt. Das Einzige, was mir die Szene leider etwas, tatsächlich wirklich etwas vermiest hat, und ich hab's laut ausgeschrien, ist, es gibt eine Polsterauflage, die sieht aus wie direkt von Ikea. Sorry, aber sie ist so, ich hab ihnen draufgezeigt und hab gesagt, das ist aus dem Ikea. Oh Gott, ja, ja, also die hatten schon früher Sachen aus dem Ikea, soweit ich weiß, dass, äh, das Fell für die, ähm, Mächtel der Nachtwache kam, glaub ich, auch von Ikea bei der Produktion, um das möglichst billig zu halten, ja. Aber ist trotzdem eine sehr traurige Szene. Ich fand die Szene auch sehr interessant im Hinblick auf Kristen Cole, der nicht gerade meine Lieblingsfigur ist, aber hier sieht man auch, ja, ja, dass der schon sehr nachdenklich geworden ist, ne. Dass, also, dass er wahrscheinlich auch an dem Tod von dem Prinzen nicht ganz so unschuldig ist, beziehungsweise, ne. Und dann haben wir eigentlich, äh, das, das hab ich erst gar nicht verstanden, äh, bei der ersten Sichtung, weil ich dachte eigentlich, dass dann Helena da vielleicht mit ihren Kindern gezeigt wird, aber es war Rhaenyra, die mit ihren, also ihre Söhne Aegon und Viserys, die da irgendwie mit so einer, äh, ja, Holzritterburg oder sowas spielen, ne. Ist, fand ich aber auch sehr anrührend, weil du halt merkst, dass sie, das hat sie auch schon echt jetzt getroffen mit dem Tod von Jaehaerys, weil sie hat den ja wahrscheinlich auch irgendwie mal gekannt und sicherlich auch auf dem Arm gehabt und ihre beiden Söhne spielen da jetzt trotzdem unbehelligt, ne. Ja, wobei ich, äh, ja, genau so hatte ich es eigentlich auch, aber ich hatte so im Unterton eher auch noch so das Gefühl, dass sie einfach schnell gedacht hat, oh Gottes Willen, ich muss Zeit mit denen verbringen. Ja. Du weißt nicht, was unterwegs ist. Ja. Was jetzt irgendwie versucht, halt meine Söhne zu töten oder mich oder alle oder die Burg zu sprengen oder sonst irgendwas. Das siehst du ihr schon an und sie, sie hat auch so diesen, ich denke, sie trauert auch um Jaehaerys, hat er gleichzeitig halt auch wirklich auch Schiss. Das Gleiche könnte ihr auch wieder fahren. Ja, und gleichzeitig versucht sie dann aber zumindest irgendwie gegenüber ihren Kindern, äh, also die, die, die spielt ja schon irgendwie ein bisschen auch mit denen, ne. Ja. Die haben da auch so was, wie, wie, wie so eine kleine Rassel oder so. Also ich glaube, was ihr auch so durch den Kopf geht, das ist halt wirklich, die Kinder sind halt alles Unschuldige, ne. Das, das ist es halt. Die, die können ja nichts für die Taten ihrer Eltern und, und das ist so die, die Krux auch mit in der Folge. Äh, wir springen aber mal weiter, ähm, äh, wieder nach King's Landing. Also das, das war eigentlich nur ganz kurz mit Rhaenyra. Das war so eine, ja, eigentlich eine Gegenüberstellung fast, ne. Mhm. Auf jeden Fall, äh, sind wir hier dann bei Alicent, die ja bekanntermaßen neue Zofen, äh, von Larys zur Verfügung gestellt bekam. Und man sieht, die traut denen aber immer noch nicht so wirklich über den Weg, weil es ist nur eine Zofe mit ihr im, im Raum. Die gießt ihr Wasser in die Badewanne und darf dann direkt gehen. Vor ihrer Tür steht dann aber Kristen Cole Schmiere. Dann, äh, kommt sie kurz raus und fragt, ja, äh, hast du irgendjemandem was erzählt, ne? Also von wegen, äh, warum wir denn beide abwesend waren, als das passiert ist, ne? Äh, sie sagt dann auch, er ist in ihren Augen eigentlich jemand, der, der Absolution sucht. Und er meint dann aber so, ja, für meine Taten gibt's, gibt's keine Absolution, ne? Also der ist ja schon, in der ersten Staffel ist er ja schon jemand gewesen, der, äh, durchaus auch irgendwie so ein bisschen zur Selbstgeißelung, ähm, tendiert ist. Und hier haut das jetzt wahrscheinlich noch mehr rein, weil er fühlt sich wohl schon wirklich schuldig an dem Tod. Und, äh, was ich dann auch sehr interessant fand, und sie macht dann die Tür zu, fängt sich an zu entkleiden und er weiß auch ganz genau, was sie da tut. Aber er ist so, hä, ich, 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 ich geh jetzt nicht rein, ne? Also er ist so auch mit, im, im Konflikt mit sich selber. Ich mein, die hat ja schon wahrscheinlich schon eine ganze Weile im Verhältnis zu dem in Wahrheit. Und ich geh auch davon aus, dass Lord Laris das schon lange weiß. Aber, äh, die sagen sich ja, glaub ich, jedes Mal beide so, ja, aber, aber jetzt, jetzt ist wirklich auch das letzte Mal, ne? Ja. Ja. Das letzte Mal vom letzten Mal. Und deswegen fand ich es eigentlich noch, äh, sehr beeindruckend, dass er nicht rein ist. Ja. Sondern, dass sie dann Ewigkeiten braucht, um dann irgendwie sich aus ihren Kleidern zu fummeln und du eigentlich nur drauf, oder sie und der Zuschauer eigentlich nur drauf, warte, dass jetzt noch die Hand kommt, die ihr dann hilft. Genau. Aber sie kommt nicht. Ja. Die, die wirkt auch sehr, sehr verstimmt. Also, die ist, die, die ist ja wirklich so noch in diesem Modus, die, die Götter bestrafen mich, ne? Und, äh, dazu passte da auch, dass sie dann auch hier in der Wanne irgendwie untertaucht. Da hab ich einen Moment auch überlegt, versucht die sich jetzt irgendwie auch, ne? Hatte ich auch gedacht, ja. Aber, ja, gut, vielleicht ist das auch ein bisschen, also, als Spannungsmoment wurdest du jetzt nicht verkauft, aber du, du musst, du musst immer bedenken, wie abergläubisch und, und tiefer wurzelt im Glauben die ist, ne? Ja. Wir bleiben dann aber bei Kristen Cole, der ja bekanntermaßen der, äh, Lord Commander der Königsgarde ist. Und, äh, der geht, äh, zu seinen Gardisten, also seinen Untergebenen. Das ist, glaub ich, irgendwie, weiß ich nicht, könnte irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, so eine Art Mannschaftsquartier sein, ne? Und, äh, dort sitzt dann, äh, Ser Arig, äh, und, äh, zieht sich was rein, äh, bis er dann merkt, dass sein, äh, Boss hinter ihm steht. Und, äh, der, der fängt erst mal ganz sachte an und sagt, ja, hm, was macht ihr denn mit eurem schmutzigen Unhang, ne? Also, die, die haben ja alle diese weißen Umhänge von der Königsgarde und der ist halt ziemlich schmutzig. Und dann rechtfertigt das, Herr Arig, dass, ja, wir haben doch diese blöde Prozession da mitgemacht. Und, äh, das war halt ziemlich schlammig. Also, das, das fand ich auch halt herrlich, dass Kristen Cole erst gegenüber Alicent in der Szene von irgendwie davon spricht, ja, also nix, nix kann irgendwie das wieder gut machen, was ich da getan habe. Und zugleich, äh, erzählt er seinen, äh, Untergebenen irgendwas von wegen, diese weißen Mäntel sind unser Symbol von Reinheit und Treue, ne? Es kam mir auch teilweise so ein bisschen vor, als ob er seinen Frust halt wirklich auch an ihm auslässt, ne? Der hat was gesucht, der hat direkt was gefunden und dann wirst du erst mal zur Sau gemacht. Ja, und dann nur vom Vorgesetzten, ne? Herr Arig leistet dann auch gar nicht so einen Widerstand, sagt von wegen, ja, ich will jetzt ja aufessen und dann, dann geh ich den waschen oder was, ne? Ja. Und, äh, dann ist Herr Kristen aber noch nicht mit ihm fertig, denn dann fragt er ja, wo wart ihr eigentlich in der Nacht von Jaehaerys Tod? Und, äh, wir wissen es ja auch schon, ich weiß gar nicht, ob man es so gesehen hat, aber, äh, Herr Arig hat ja Schmiere da gestanden, während Aegon, äh, mit seinen Kumpels, also seinen Saufkumpanen da im Thronsaal rumgelungert hat. Die Szene fand ich übrigens nebenbei bemerkt auch sehr amüsant, also wie Aegon da wirklich auf dem Thron flätzt, ja. Mega. Ich meine, das Ding ist sowieso unbequem, ich würde mir da auch ein Kissen drauf tun. Ja, aber, älte, wer will eigentlich da drauf sitzen, ohne Scheiß jetzt mal? Kein Schwein. Ja, ich meine, im, im, äh, ich weiß nicht, hast du mal Illustrationen gesehen online, wie der eiserne Thron eigentlich wirklich aussehen müsste? Äh, ich glaube, das ist aber schon, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, dass es unbequem ist. Okay, weil er ist wirklich so fünf Meter hoch oder so, und, äh, selbst die Treppenstufen sind ja nur aus Schwertern, also im Grunde ist das nichts weiter als ein gigantischer Berg aus Schwertern der Besiegten, und, also, es haben sich ja auch schon etliche, weiß ich nicht, hier, der, der König, der vor, äh, Jaehaerys dem ersten Rand war, wird, glaube ich, König Wundschorf genannt, weil er sich ständig am Thron geschnitten hat. Und, äh, Viserys hat das ja auch getan, das ist ja durchaus auch symbolisch, von wegen der Thron sieht denjenigen welchen, der sich an ihm schneidet, nicht als würdig dafür an, ne. Aber, äh, das nur am Rande. Also, jedenfalls hat Ser Aricon, äh, Ser Aricon, äh, Alibi. Der König war ja nicht in den privaten Gemächern, ne, er musste aber natürlich trotzdem beschützt werden. Und Cole wirft ihm dann vor, ja, und ihr hattet nicht mehr dran gedacht, vielleicht nach oben zu gehen und so ein bisschen irgendwie hier die Nachtwache und so. Und, äh, Aric dreht dann aber den Spieß relativ schnell um und fragt, ja, wo wart ihr eigentlich Nordkommander? Höhöhöh. Ne? Und, äh, außerdem fragt er sich noch hier, Königin Helena, Königin, warum hat die keinen persönlichen Beschützer? Gute Frage. Ja, alles, alles gute Fragen, ne. Und Kristen Cole, äh, naja, findet dann auch nicht wirklich eine befriedigende Antwort oder eigentlich gar keine Antwort darauf, äh, wo er sich denn da rumgetrieben hat in der Nacht. Aber er löst das wie so oft mit Aggressionen. Er tickt aus, äh, knallt irgendwie gegen eine Bank und, äh, äh, schmeißt Ser Aric wirklich an den Kopf. Sein Bruder, äh, Ser Aric ist ein Dieb und Verräter. Ja, und die anderen Gardisten stehen dann ganz schnell auf und wollen sich nichts anmerken lassen, ne? Die, 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 auf, auf einmal haben sie alle schnell aufgegessen und, und, äh, und Ser Aric darf sich dann verteidigen, äh, von wegen, ja, hier, ich hab meinen Bruder vor dem König denunziert und wenn ich auf seiner Seite wäre, dann wären wir zusammengeflohen. Kristen Cole will dann aber so zwei Schlüsse ziehen. Ja, es ist schon seltsam. Also, erst verrät euer Bruder uns und dann stirbt der Prinz und, äh, der, der, äh, der potenzielle Thronfolger von Aegon, dann stirbt der ausgerechnet, wenn ihr Wache habt, Ser Aric. Ja, und da merkst du richtig, der will, der ist, der ist da eigentlich an demselben Punkt wie Aegon. Wieder Phase der Trauer, ne? Er muss jetzt irgendjemanden finden, an dem er das auslassen und, und dem er die Schuld dafür zuschieben kann. Wobei es mich, was danach passiert, also, das passt irgendwie nicht ganz zu ihm. Ich hatte ihn nie als den intriganten Strippenzieher gesehen. Das nicht, das nicht. Nee, nee, Strippenzieher ist er nicht, aber er nutzt halt hier eben auch seine Position als Lordkommandant. Und, äh, also ich, ich fand's jetzt nicht unglaubwürdig, was er da macht. Und ich glaube, dieser Plan ist auch schon länger an ihm gereift. Außerdem musst du bedenken, das ist eine eigentlich dann auch wieder wie bei Daemon. Er benutzt eigentlich diesen Tod von, äh, von Jaehaerys, um Rhaenyra, die er schon wirklich jetzt seit Eionen mittlerweile hasst, wie sonst was, äh, aus dem Weg räumen zu können. Klar, und ich denke natürlich auch mit dem, mit dem Plan, den, äh, guten, ich muss halt gucken, dass ich den Namen als nicht verwechsel, äh, den guten Erik, äh, da hinzuschicken. Erik, Erik ist der andere. Erik ist der andere, genau. Ähm, den guten da hinzuschicken, um als sein Zwilling auftreten zu können, um dann, äh, wenn nur, abzuschlachten. Ich glaub tatsächlich, dass er damit vielleicht, also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, auch in der Gunst von Alicent wieder erscheinen möchte. Ja, das wahrscheinlich auch, ja, ja. Und auch in der, der Hand, ja. Genau, weil sie ihm ja auch dann, äh, ja, so einfach so ein bisschen, äh, ja, auch schon so ein bisschen fallen lässt. Also ihr Interesse ist zwar noch da, aber es ist nimmer so leidenschaftlich und ist nimmer so viel Fuego drin wie vorher. Ja, das kommt ja noch. Ja, du merkst also, die, die trauern schon irgendwie beide auf, auf ihre Art. Aber Kristen versucht das dann irgendwie zu kanalisieren, indem er, äh, ja, eben sein, sein Hass auf Rhaenyra rauslässt. Ne? Und der ist ja wirklich schon, der ist ja so tief verwurzelt. Ja, du hast ja schon richtig gesagt, äh, Sarek soll sich als seinen Bruder ausgeben und nach Dragonstone, äh, begeben, um Rhaenyra, ja, also eben Gleiches mit Gleichem zu vergelten und sie in ihrer eigenen Halle zu töten und damit den Krieg beenden, bevor er überhaupt begonnen hat. Und, äh, Sarek hat dann aber Bedenken, weil, ja, was ist denn, wenn die mich und meinen Bruder gleichzeitig sehen? Das bedeutet auch meinen sicheren Tod. Und Sarekriston setzt ihm dann aber wirklich schon so, eigentlich fasst das Messer an die Kehle, also jetzt natürlich, ähm, im übertragenen Sinne, indem er sagt, wenn ihr nicht geht, dann muss ich ja wohl zum König gehen oder wollt ihr, dass ich dann zum König gehe und eure Loyalität vor ihm in Frage stelle, ne? Ja, das, das ist so die Pistole auf die Brust gesetzt. Du gehst, Ende, damit ist keine, da gibt's keine Diskussion. Ja. Was, was hältst du denn eigentlich von diesem Plan, dass der geht, um sich als seinen Bruder auszugeben? Finde ich clever und deswegen sag ich ja so, als Strippenzieher kam er mir nie so vor. Also er wurde ja auch, äh, ja, Knochen und Fleisch, er ist eher so der Klopper. Ja. Zwar auch nicht so, dass er jetzt als, ja, nicht so wie der Berg und so dargestellt wird, sondern dass er schon Grips hat, aber er kam, also dieser, dieser Move ist clever, keine Frage und macht's auch wieder, also setzt dem Ganzen noch mal eins drauf, wo du denkst, dass man da eigentlich nicht schon früher drauf gekommen ist. Also jetzt, ich nehm's ihm, ich nehm's ihm definitiv ab. Es hat, dieser Move hat mich nur verwundert, einfach weil er mir nicht so, ja, nicht so wie der Strippenzieher vorkam oder vorkommt so. Ja, vielleicht ist er auch so ein bisschen in die Schule bei Otto gegangen, ne? Wer weiß. Oder, äh, Alison hat wahrscheinlich. Ja, ich meine, er hört, er ist ja immer dabei und hört ja immer zu. Ja. Ja, klar, er hat gelernt. Ja, stimmt, der steht ja auch bei Sitzungen des kleinen Rates, steht der ja auch hinter Aegon, ne? Also. Also deswegen, das, das, damit konnte ich mir's erklären. Es ist jetzt nicht so, dass es mir irgendwie, jetzt, äh, komplett gegen den Strich geht, aber, äh, es zeigt vielleicht auch eine, eine neue Seite von ihm, die wir vielleicht jetzt auch mehrfach zu Gesicht bekommen. Wer weiß. Ja, was ich nicht uninteressant fände, weil die Figur, äh, ging mir in der ersten Staffel immer teilweise wirklich schon auf den Keks. Also ich meine, der soll ja nicht sympathisch sein, aber, äh, mittlerweile ist er eigentlich nur noch ein Arschloch. Ja, ja. Ja, also der ist auch mit dem Mord davon gekommen, da bei der, bei der Hochzeit und, äh, ja. Wir wechseln dann genau dahin, wo, äh, Seraric dann, äh, hingeschickt wird, nämlich nach Dragonstone. Da haben wir eigentlich nur eine relativ kurze Szene zwischen, äh, Jace und, äh, Bayla, also Bayla, der, äh, einen Tochter von Daemon, äh, die übt dort, äh, auf den Klippen mit einer Armbrust zu schießen. Also man, man merkt, was da dann für eine Stimmung ist, ne? Also Jace sagt ihr dann, ja, hier, du hast das Abendessen verpasst und es hat dabei eh keiner wirklich Hunger, weil es so viele leere Sitze gibt. Und leere Sitze deutet schon darauf hin, Rhaenyra kommt wahrscheinlich nicht zum Essen, Daemon ist weg. und, äh, ja, so viele andere Geschwister sind dann auch nicht mehr da, ne? das stimmt. Und Bayla will dann aber wissen, wohin ist denn jetzt wohl ihr lieber Papa abgehauen und Jace kann nur vermuten, nach Harenhal, ne? Also das heißt, Daemon, also wenn er da hinfliegen sollte, dann, äh, erfüllt Daemon trotzdem seine Pflicht gegenüber der Königin, auch wenn er, da muss man ja sagen, er tut ja das, was er versprochen hat, ne? Beziehungsweise was ihm da befohlen wurde, aber trotzdem ist er halt, ja, verstimmt, ne? Und, äh, Bayla hat, meint dann auch, dass sie nicht sonderlich viel übrig hat für, für ihren Vater manchmal, und dass sie ihn wirklich schon bald hasst. Mhm. Und dann, äh, muss ich jetzt ein bisschen mal, weil, ach Gott, man verliert ja echt den Überblick bei diesen ganzen Verwandtschaften, aber, äh, sie spricht Jace dann darauf an, was er eigentlich von ihrem Onkel weiß. Wen meint sie jetzt mit Onkel? Äh, gute Frage, weil es, es kam nämlich nur, also ich hab nämlich auch noch überlegt, und dann, oh Gott, es will, als sie dann, aber sie, sie tun das ja, naja, relativ schnell ab, sie sagen, er hat ihnen ein bisschen Fischen beigebracht, und, damit war die Sache erledigt. Ach, warte mal, warte mal, das muss ja, ja klar, das ist Lenor, oder? Sie, sie reden über Lenor, weil hier, der sagt doch schon, ja, hier, der hat uns beigebracht, äh, beigebracht Fische zu fangen. Genau. Hier, Shantys werden gesungen, und eine Schwäche für Kuchen hat er auch. Ich glaub, ich glaub, das ist Lenor. Aber ich muss sagen, das find ich hier so ein bisschen aufgesetzt, tatsächlich in der Szene. Also, weil, sie, sie reden ja über drei unterschiedliche Männer in dieser Szene, über Daemon, über Lenor, und über, äh, also nach Sir Harvin Strong, äh, fragt Bela, äh, Jace dann auch noch, und Jace weiß auch, glaub ich, so tief in seinem Innern, dass, also er hat es ja, glaub ich, sogar schon mal Rhaenyra vor etlichen Jahren gefragt, in der sechsten Folge, dann glaub ich, ist Sir Harvin Strong mein Vater. Er, er spricht auch wirklich schon liebevoll über den, also von wegen, der war, der wurde zwar der Knochenbrecher genannt, aber er war trotzdem immer sehr nett und sanft zu uns, und, dann, dann merkt man auch, der ist auch, der, der ist auch noch lange nicht über den Verlust seines Willingsbruders hinweg. Nee. Also auch im Hinblick auf, äh, Harvin Strong. Aber ich fand die, ich weiß nicht, ich fand die Szene ein bisschen aufgesetzt, von dem, vom Dialog her. Ja, es, es hat auch so ein bisschen, so ein bisschen gebremst. Ja. Es kam mir auch so, ja, tatsächlich so wie so ein kleiner, wirklich tatsächlich nur wie so ein kleiner Filler vor, Mhm. Um halt von den Geschehnissen, äh, um die Spannung halt noch ein bisschen hochzutreiben. Ja, also ich finde auch, man, man hat so beiden, also Jace ist noch okay, aber Bela kennt man dies wirklich. Nee. Und auch das Verhältnis zwischen denen, vor allem, ich war am Überlegen, sind die, sind die eventuell verheiratet? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche haben sich doch nochmal vermählt, glaube ich, in Folge 8 oder was, ne? Ja. Unmöglich ist bei der Familienstruktur nix eigentlich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Aber sie kam mir schon, äh, verbunden vor, Mhm. als sie mit der Armbrust, sie stehen ja auch, da dachte ich noch, ey, wenn du dem jetzt aus Versehen noch ein Pfeil ins Auge schießt, ja, dann ist aber der Bock richtig fett. Ja, Auge um Auge. Ähm, aber sie kam mir schon so ein bisschen mehr verbundener vor, als der Rest der Family. Es war schon eine gewisse Zärtlichkeit, fand ich, aber ich, ob die beiden jetzt verheiratet sind, habe ich mir tatsächlich dieses Mal keine Gedanken gemacht. Ja, äh, Sven, ich habe jetzt nochmal hier nachgesehen, Bela und, äh, Jack Heres sind tatsächlich verlobt. Ah, okay. Und Jack Heres stand dadurch ja dann an zweiter Stelle, äh, in der Erbfolge, ne, man darf ja nicht vergessen, äh, Luceris, da war ja auch mal vorgesehen, dass der ursprünglich mal zum, äh, Lord der Gezeiten werden sollte, ne, auf Driftmark. Äh, ja, dann, äh, kommen wir zu was ganz anderem. Äh, also die, die Überleitung fand ich auch etwas interessant. Ich dachte mir so, ist das jetzt Helena, die sich jetzt irgendwie als, als Dirne verdient, aber nee. Wir sind auf jeden Fall in einem Bordell, wenig überraschend in King's Landing. Und, äh, ja, Tanz, Musik, Hafe, und es ist schon, es ist nicht ganz so gewagt wie in Game of Thrones, aber man merkt halt schon, wo wir hier sind, ne? Ja, es war, es war mir relativ schnell klar, ich dachte, na, endlich sind wir mal wieder im Puff. Ja, ja, im, äh, nennen wir es doch Nachtclub. Oder Nachtclub, ja, genau. Klingt nicht so ordinär, es stimmt. Interessant ist dann aber nur eine kleinwüchsige, glaub ich, ne, die irgendwie Getränke durch die Gegend, äh, trägt, so ein bisschen wie, wie auf der Wiesen. Und, äh, hinter einen Vorhang geht, hinter dem niemand Geringeres als Aiment, äh, bei einer Hure. Komplett tabula rasa und, ähm, ja, wahrscheinlich ging es vorher ordentlich her, aber, ähm, der scheint eigentlich nur so auf Kuschelkurs zu sein, ne? In Fötus Stellung, ja. Und da dachte ich, um Himmels Willen, geb dem armen Kerl was zu essen. Ja, der ist wirklich richtig, äh, der ist krass dünn. Also, also abgemagert. Der ist schon skinny, ja. Aber ich muss sagen, ich finde den Schauspieler, also, ich habe jetzt auch so ein paar Interviews mit dem gesehen, ich finde den echt ziemlich toll, diesen Evan Mitchell. Also, der hat, der hat schon in der ersten Staffel, der hat eine Präsenz, dieser Typ, wirklich. Also, der ist noch so jung und als Aemond, äh, der, der ist wirklich, in, in Sachen Präsenz ist der wirklich genau das Gegenstück bei den Grünen zu dämen bei den Schwarzen. Ne? Also, auch im Hinblick auf, auf Matt Smith und, äh, Evan Mitchell. Ähm, Aemond ist dann anscheinend jemand, der sich so ein bisschen, ja, jetzt nicht ausheult, aber, äh, der, der scheint an, offenbar öfters zu dieser Hure zu gehen, äh, sagt dann ja, äh, zu ihr, also, er sagt dann, ja, es ist klar, die wurden hier geschickt in den Turm der Hand, äh, um mich zu ermorden. Und, ähm, eigentlich sieht er das sogar als, er ist da fast schon von geschmeichelt, dass Dämen Targaryen ihn anscheinend als ernsthaften Feind ansieht, ne? Und, ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr, weil man sieht es halt schon an seinem Äußeren und ich hatte es ja auch gerade eben schon gesagt, äh, äh, Dämen dürfte mehr oder weniger das große Idol von Aemon sein, ne? Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich, was ich an der Szene ganz interessant fand, ist, er liegt erstens, erst mal in dieser Fatal-Stimmung, äh, Stellung. Mhm. Er hat keine Augenklappe auf, Stimmt. Und das hat etwas, etwas Mütterliches, was die Sexarbeiterin, wie sie ihm auch so über den Kopf streichelt, das wirkt eher so wie ein Kind, das jeglichen Schutzmechanismus abgelegt hat und hier so sein kann, verletzlich, wie es nirgendwo anders da sein kann und die, äh, Dirne, ja, sie streichelt ihm so ein bisschen den Kopf und die sieht, also sieht auch deutlich älter aus als er und da habe ich noch gedacht, das sieht er wirklich so, hat so, hat so eine Art, ähm, hier kann ich mich ausholen, ja, hier wäre ich ernst genommen, die hört mir zu und er hat so einen Mutterersatz gehabt. Ja, ja, definitiv. Also er scheint zwar auch mit ihr irgendwie schon intim zu werden, also die will ihn ja an einer Stelle küssen und er sagt dann ja, 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 nicht, nicht, nicht hier, ne, sondern er will, er will, er will eigentlich nur näher, das merkt man, er rollt sich dann da wirklich zusammen wie so eine Hundewelpe fast. Zum einen speit er dann aus, ja, hier von wegen, ja, Damon hat anscheinend Angst vor mir und ich fühle mich geschmeichelt, aber dann bricht das doch so auf, er sagt dann, äh, dass er den Vorfall mit Luke doch echt bereut und dass er sich da auch selber den Vorwurf macht, dass er da die Kontrolle über sich und auch über Varga verloren hat, ne? Ja, und ich finde, also das hast du ja auch gesehen, das war ja wirklich nicht gewollt. Ja. Es ist halt einfach ein Unfall gewesen und ja, dass es an ihm nagt, ist halt auch was, wo du, wo du denkst, ja, das ist, so gut gemacht, dass die Charaktere wirklich einfach vielschichtig sind und du nicht jeden einfach sagen kannst, gut, der ist abgrundtief böse, nein, gibt's nicht. Nein, überhaupt nicht. Es gibt einfach mehrere Schichten, es gibt ganz viele Grautöne, ja, das ist so gut gemacht und du hast trotzdem auch, egal, da kann jetzt zum Beispiel hier, Eamon sonst irgendwas verbrochen haben und wenn du dann sowas siehst, dann hast du auch wieder Mitleid und denkst, ja, okay, ja, nein, der hat Gefühle, klar, der ist nicht durch und durch böse und das bringen die einfach auch wieder mega gut rüber. Ja, da führen sie eben Qualitäten fort, die man einfach von George R. als Autor einfach kennt und dann eben natürlich auch von Game of Thrones, also das kriegen sie hier wirklich konsequent weitergeführt und also es ist schon auffällig, dass wirklich Eamon und Eamon beide wirklich so, ja, Momente wirklich ganz menschlicher Schwäche zugestanden bekommen und ich muss sagen, also das hier war eine wirklich richtig gute Szene, vor allem zeigt ihm dann auch diese Prostituierte, meint dann ja auch, wenn ihr, wenn jemand wie ihr, also wenn Prinzen die Beherrschung verlieren, dann haben andere darunter zu leiden in erster Linie und das sind vor allem dann auch Leute wie sie, also kleine Leute und das ist auch ein schöner Übergang, wie ich finde, zu dem, was jetzt kommt. Warst du da ein bisschen verwirrt? Ich hab's, ich bin da nicht durchgestiegen. Ich hab noch gedacht, was ist denn das jetzt? Ja, ich auch. Also, ich dachte, ist das immer noch im Bordell oder ist das jetzt woanders? Oder, ja, also beim ersten Mal war ich da echt aufgeschmissen, aber an wem man sich noch festhalten kann, ist hier eben der Herr im Hause, nämlich dieser, ich glaube, Hugh heißt der, den haben wir als Bittsteller gesehen in der ersten Folge vor dem Eisernen Thron. Das ist einer der Schmiedemeister und der wird hier in seinem Haus mit Frau und Kind gezeigt. Die Tochter ist anscheinend krank und, ja, man merkt dann eben, wie, ja, das sind eben die kleinen Leute, obwohl kleine Leute, Schmiedemeister ist jetzt nicht ganz unten, aber es sind, ist ja trotzdem Handwerker, ja, wie die, wie die eben unter dem Krieg zu leiden haben, beziehungsweise darunter, wenn eben, also das, die Szene hier, die führt genau das vor Augen, was diese Prostituierte sagt, ne, dass die, die Reichen, äh, kriegen sich mit so einer Familienfeder an die Köpfe und, äh, das gemeine Volk, äh, hat als allererstes das Nachsehen. Ja, gut, aber da siehst du halt auch, dass diese Seeblockade, von der ja immer wieder zwischendrin berichtet wird, halt einfach erst mal die trifft, die sowieso unter allem zu leiden und sowieso am allerwenigsten haben. Genau. Aber stimmt ja, das ist er, wo gesagt hat, Eisen wird immer teurer. Ja, ja, und dass die, dass die irgendwie einen Vorschuss haben wollen, damit die überhaupt diese Skorpione herstellen können. Also das sind wirklich, also auch schon in der ersten Folge, mich hat das echt so sehr an Sanktionen gegen zum Beispiel Russland erinnert oder so, ne. Also ist durchaus auch wieder tagespolitisch anschlussfähig hier. Man sieht, die, die Tochter liegt krank im Bett, ne. Äh, die, die Mutter erzählt dann auch, dass sie irgendwie nur noch so, ja, äh, so mit Ach und Krach überhaupt diese, diese Suppe dazu bereiten konnte und dass sie irgendwie zwei Stunden rumgedruckst ist um einen Huhn zu finden. Mhm. Also für die Suppe ein Hühnchen und was dann auch noch dreimal so teuer war. Also sie meint, die Märkte sind grundsätzlich ausgedünnt. Er mal, also Hugh meint dann zu seiner Frau, geht jetzt mal davon aus, das ist seine Frau, ne. Also Kings Landing kann doch noch nicht irgendwie erschöpft sein, was Nahrung angeht. Und dann meint die aber, ja, die Menschen haben einfach Angst und wenn sie Angst haben, dann, dann fangen sie irgendwie an, äh, Vorräte zu, zu horten und dann, dann regt sich Hugh auf, ja, Gott, sind die Menschen selbstsüchtig, und dann sagt aber seine Frau, äh, ich kann ja nicht das verurteilen, was ich eventuell selber tun würde, wenn ich an der Stelle wäre, ne. Und auch hier mit, mit Horten, ich musste so an, an hier Hamsterkäufe in der Corona-Zeit denken. Klopapier. Ja. Na, also. Bezahlen nur ein, bezahlen nur mit Vierlage. Genau. Und dann, ja, ja, wir, wir, wir kaufen irgendwie für vier Familien auf einmal ein, in unserem Luftschutzbunker. Ja, ja, genau. Also ich hab da wirklich Leute gesehen, die haben teilweise ganze Türme, vor sich hergeschoben. Aber, äh, also Hugh ist, ist, ist dann auch eher mit seiner Frau so uneins, weil er sagt von wegen, ja, aber du würdest doch keine Kinder hungern lassen, äh, während du dir den eigenen Keller füllst, ne. Und, äh, sie sagt dann, naja, gut, wir, wir können's jetzt auch so sehen, wir haben Glück, wir haben eh so wenig Geld, dass wir nie rausfinden würden, wie das ist. Und dann, klammert, klammert sich aber Hugh noch so an die Hoffnung, die ihm der König gegeben hat. Ja, der hat uns hier Ausgleich versprochen, zu unseren hohen Ausgaben in der Schmiede. Aber man merkt, das ist wirklich eine unstete Zeit. Und, ähm, also ich, ich bin gespannt, wie Leute, äh, zu dieser Szene hier stehen werden, weil ich kann verstehen, wenn Leute das nur irgendwie als Füller empfinden, ich find das ganz, ganz großartig. Weil das war schon in der ersten Folge so, dass da wirklich aufgezeigt wird, wer als allererstes das Nachsehen hat, äh, durch diese ganze, äh, durch diesen heraufziehenden Bürgerkrieg, das setzt sich jetzt hier fort. Und vor allem wird hier mal etwas gezeigt, was an der ersten Staffel oft kritisiert wurde, nämlich das gemeine Volk. Ja, wenn sie es jetzt halt auch weiterhin so durchziehen, ist es okay. Also, finde ich das gut. Ich fand's jetzt auch nicht als Füller, sondern es war endlich mal, dass du einfach auch diese, und wenn's halt jetzt nur ein kleiner Ausblick war, ja, einfach siehst, wer, wer leidet als erstes, ja, nicht die, die in ihren Burgen sitzen, sondern, ja, der kleine Mann und die kleine Frau. Richtig. Und, ja, das, ich find das gehört dazu, und das, wenn sie das jetzt nicht, und das, das glaube ich jetzt nicht, dass es jetzt so dermaßen auf die Spitze treiben, dass du dann irgendwann nur noch da sitzt und denkst, um Himmels Willen, beende diesen Krieg. Aber es, es gehört dazu, und ich find's auch gut, wenn man das einfach ein bisschen mit einstreichen, und auch zeigt, ja, was die Bevölkerung einfach noch so treibt. Das, was du bei Game of Thrones ja öfters gehabt hast, aber halt einfach auch durch die Geschichte, dadurch, dass, ja, ähm, Arya sich ja da, ähm, und das Volk gemischt hat, hast du da mehr, einen größeren Bezug gehabt, und hier hast du einfach nur, also in Anführungsstrichen nur den Krieg halt zwischen den, zwischen den Häusern. Aber, nein, find ich gut. Also, find ich auch nicht als Filler. Ich fand's jetzt auch nicht irgendwie aufgesetzt, oder, ja, seht her, wir üben Kritik, sondern, nein, es passt dazu. Und das gliedert sich schön in die Erzählweise und in die Struktur mit ein. das, das passt wunderbar in diese Folge, die eh schon sehr, sehr politisch ist diesmal. Ja. Also, geht's ja wirklich schon um, äh, weiß ich nicht, teilweise wirklich schon Infowars, ne, so ein bisschen auch. Äh, wir haben da noch zwei relativ, ähm, kurze Szenen danach. Äh, äh, eine spielt wieder am Hafen und, äh, da war ich bei der ersten Folge schon mir unschlüssig, beim ersten Mal hab ich gedacht, das ist einfach nur King's Landing, aber es kann ja nicht sein, weil es sind ja die Velaryons. Mhm. Das ist wahrscheinlich Driftmark, ne? Hab ich auch drauf getippt. Ja. Weil King's Landing kann ja nicht sein, das, äh, funktioniert ja nicht. Aber, ich war mir auch sehr unsch, also, ich konnte auch mit beiden, erst nachdem ich ein bisschen nachgelesen hab, mhm, äh, ein bisschen was anfangen, besonders mit Adam. Adam Valerian, ne? Genau, ja. Ja, der hat mich schon so ein bisschen ratlos zurückgelassen, wo ich dachte, okay, oh, wer bist jetzt du? Die Szene, die wirkte so ein bisschen, äh, die, die hätte man irgendwie woanders platzieren können, finde ich. Die, die wirkte, die hängen, die hing so ein bisschen in der Luft. in der Luft, ja. Aber, äh, Alinov Hall ist, äh, tatsächlich gar nicht so unwichtig. Alinov Hall, ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich spezifiziert wird, aber es wird, in den Büchern zumindest, wird vermutet, dass er ein, äh, äh, Bastard von Lenor Velaryon sein könnte. Okay. Äh, was ein bisschen komisch ist, weil Lenor Velaryon war ja eher so vom anderen Ufer, ne? Aber, hm. Auf jeden Fall treffen die ja aufeinander. Also, Alan haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesehen, ne? Mit, mit, äh, Corliss da am Hafen auch, und da kam ja auch schon durch, ja, Alan ist derjenige, der ihn, äh, also der, der Corliss beim, äh, irgendwie hier beim Konflikt auf den Trittstein, der ihn aus dem Wasser gezogen hat, ne? Und, äh, äh, dadurch steht jetzt Corliss natürlich auch in seiner Schuld. Die beiden Brüder hier, äh, sehen sich wieder, gehen von Bord und, äh, Adam, ich glaub, Adam, Adam kommt von Bord, ne? Genau. Ne, Adam, Adam ist, glaube ich, schon dort und holt ihn ab. Oder? Und, äh, Ah ja, stimmt, 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 ja. Und, äh, Alan läuft ihm ja entgegen und er sagte dann zu ihm, hey, du könntest dir ja sonst irgendwas wünschen, weil du stehst in seiner Gunst, er schuldet dir was und. Genau. Äh, sagt dann ja auch nochmal, dass das, äh, Lord Corliss anscheinend persönlich nach seinen Diensten verlangt hat und, äh, fragt seinen Bruder dann ja, wirst du segeln, äh, sobald das Schiff da repariert ist. Und, dann meint aber, ähm, Alin zu ihm, ja, er hat mir kein richtiges Angebot gemacht und ja, also das solltest du doch als Recht nutzen. Und, Alin ist dann so, ja, du musst dir klar machen, da draußen herrscht Krieg. Mhm. Und zwar richtiger Krieg. Also jetzt hier diese Blockade, das, das ist kein Spaß. Und, äh, dann, weiß ich nicht, labern sie aber irgendwie darüber, ob sie irgendwie Karotten in die Suppe tun, oder irgendwie sowas. Ähm, wir haben dann daran anschließend noch eine Szene zwischen Corliss und Reynes, die wir noch nicht in so einer Situation erlebt haben, ne? Das stimmt, ja. Weil die sind ja auch beide schon ein bisschen älter, aber, ja, äh, eine Bettszene hätte ich zwischen den beiden jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja, das ist aber nicht so explizit, also du siehst ja nicht wirklich was. Nee, 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 ich, ich muss auch sagen, ich fand, also ich finde die spielen auch gut zusammen. Ich mag die beide wirklich sehr, ja. Ja, da, da ist eine, da ist eine Vertrautheit zwischen denen. Also du kaufst denen wirklich ab, dass die schon wirklich sehr, sehr lange verheiratet sind, ne? Und sie reden auf jeden Fall über, über Dämen und, äh, Corlys meint, dass ihm diese, diese, diese Stille und, und jetzt, also, das hat irgendwie nichts passiert und dass Dämen ausgerechnet dann gegangen ist, als sie ihn jetzt am dringendsten brauchen. Und Reynes sagt dann aber, ja, Dämen war ja nie unterwürfig. Also, ja, der hat der Königin irgendwie treu geschworen, aber in erster Linie will er sein eigener Herr sein. Und, äh, man sollte auch nicht vergessen, da ermahnt sie dann auch ihren Gatten, Dämen ist der Königsgemahl, aber er ist nicht der König, ne? Da merkt man auch, dass Corlys immer noch, also, er macht zwar so langsam seinen Frieden damit, aber sie weiß ganz genau, dass er immer noch daran zu knabbern hat, dass sowohl sie übergangen wurde mit der Krone, als auch er, äh, weiß ich nicht, als er irgendwie wollte, dass hier, ja, hier, dass Lenor auch halt verstorben ist und dass, äh, Viserys auch damals schon Lena, als sie noch ein Kind war, verschmäht hat, ne? Ja, aber ich glaub, denen, denen hätte teilweise nichts Besseres passieren können. Also, ich glaube, sie wär nicht so in der Position gewesen. Ich weiß nicht, wie sie als Königin gewesen wäre, aber so, ich mag beide Charaktere wirklich sehr und ich hoffe auch, dass die jetzt ein bisschen mehr, mehr Screamtime bekommen. Ja, ja, warten wir's ab, äh, also zumindest was Reynos angeht. Corlys meint dann irgendwie so, ja, ähm, er, also er ist der Überzeugung, wenn, wenn Daemon hier Harre nach Halle holt, dann, dann wird ja alles vergessen sein, ne? Also, von wegen, das ist ja nur irgendwie eine Laune zwischen denen. Also, die, die haben wohl schon mitgekriegt, dass es zwischen denen eventuell auch einen Bruch gegeben hat. Das wird wahrscheinlich auch schon irgendwie, äh, also die sind zwar, ja doch, die sind ja auf Driftmark, oder? Oder nee? Nee, 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 die sind nicht auf Driftmark, die sind in, die sind auf Dragonstone. Doch, doch, stimmt, die sind auf Dragonstone. Sind auf Dragonstone? Ja, ja, die sind auf Dragonstone, weil, äh, Rhaenys sitzt doch auch im Rad von, äh, Rhaenyra. Ach, stimmt, ja, okay. Ja, ja, ja. Äh, und Corlys ist doch eh noch verwundet. Ach, ja, 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 klar. Also, es deutet alles darauf hin, dass Daemon jetzt nach Harrenhall, äh, geflogen ist und, äh, ich kann schon mal sagen, das bewahrheitet sich auch in Folge 3, aber dazu, äh, an anderer Stelle mehr. Wir bleiben in Dragonstone, äh, wir, ähm, gehen dann aber diesmal zu Rhaenyra, die irgendwie in der Bibliothek abhängt und, äh, eine Wache bringt dann Lady Musaria zu ihr, die ja bekanntermaßen in der ersten Folge, äh, zu Gefangenen wurde. Äh, mal kurze Verständnisfrage, hattest du echt noch auf dem Schirm, wer sie ist, als die da als blinde Passagierin aufgegabelt wurde? Null. Gar nicht. Nein, gar nicht. Ich hab da hingeguckt und dachte, okay, wenn die so gucken, muss es jemand Wichtiges sein und ich hab's schon wieder verpasst. Nein, es ist, nein, ich hab dann auch erst nachgelesen und dachte, ach Gott, Ayo, stimmt. Okay. Nee, aber es hat mich, es hat, es ist, ja, je später die, also je länger die Folge gedauert hat, desto überfordert, oder nein, oder desto, desto mehr hat sie mich beansprucht, wo ich mir gedacht hab, oh Gott, das wird, na verdammt, wer ist denn das jetzt nochmal? Ja, gut, äh, spricht an, an der Stelle gar nicht mal so sehr für die Serie, weil man sollte das halt auch schon verstehen, ohne irgendwie tausende Ahntafeln, äh, studieren zu müssen, ne? Aber, naja, Rhaenyra, äh, weiß dann gar nicht so wirklich, wer sie ist, ne? Also die, die kann sie auch, das ist ja eigentlich so ein bisschen die Zuschauerperspektive, die kann die nicht so wirklich zuordnen, aber die will trotzdem wissen, was ihre Rolle war, äh, jetzt hier sowohl in Hinblick auf die Krönung, als auch wahrscheinlich dann Blut und Käse, ne? Und, äh, und Müsaria sagt dann, dass, äh, naja, also, eigentlich hab ich hier mit der Hand, ich hab einfach nur meinen persönlichen Vorteil daraus gezogen, dass ich eben wusste, was Sache ist da mit Aegon vor der Krönung und, äh, sie bereut das jetzt anscheinend auch. Und Rhaenyra, äh, weiß dann aber immer noch nicht so, wer sie wirklich ist. Sie ist, sie ist eine Gefangene, meint der Müsaria, die die Wissen gegen Freiheit getauscht hat, bei, äh, äh, bei Daemon. Und, ja, dann kriegt sie auch so von Rhaenyra verklickert, ja, Daemon ist weg. Ah ja, wo ist er denn? Ja, keine Ahnung, wie lange bleibt er weg? Ja, eine Woche für immer. Ja, wer weiß das schon, ne? Und man sieht dann, dass Rhaenyra sie relativ lange einmal anschaut und sich dann doch an sie erinnert, ne? Ja. Erinnerst du dich denn daran, wo sie sie gesehen hat? Ne. Sorry. Ja, in der, in der zweiten Folge gab's doch hier, wo Daemon das Drachenei da gestohlen hatte, äh, also jetzt in der ersten Staffel und, äh, da stehen sie sich dort dann auf der Brücke gegenüber und, äh, Rhaenyra hat, äh, da Müsaria auch schon gesehen und da hat ja Daemon dann auch irgendwie groß erzählt, ich will sie heiraten und sie trägt auch schon mein Kind unter dem Herzen und so weiter, ne? Und, Ja. Und, und sie sieht dann genau das, was er mit, also, äh, Müsaria sieht genau das, was er damals mit ihr gemacht hat, jetzt bei Rhaenyra, bestätigt, äh, Daemon macht große Versprechen und macht dann die Flucht nach vorne, ne? Hält sie nicht, ja. Ja. Genau. Dennoch, Rhaenyra will sie nicht freilassen, weil, äh, sie meint ja hier, der weiße Wurm, äh, oder was auch immer, du, du umspannst dein ganzes, äh, Informationsnetz in King's Landing und sie hat nichts davon, sie freizulassen und, äh, fürchtet, also im, im schlimmsten Fall oder im, im besten Fall fürchtet sie, dass sie, äh, sie eventuell noch brauchen und dann verlieren könnte und im schlimmsten Fall, äh, könnte sie sie ja verraten an die Hightowers und dann macht ihr Myssaria aber klar, dass sie überhaupt kein Interesse daran hat, sie an die Hightowers zu verraten und dann klärt sie auch halt mal kurz auf, äh, also die, die kommt ja nicht aus Westeros, die kommt, glaube ich, aus Lys, also, äh, eine, eine der, ähm, freien Städte, glaube ich, auf Essos, erklärt sie dann ja, sie, sie kam nach Westeros mit nichts, sie stahl, sie verkaufte ihren Körper für Nahrung oder für Geld und sie lernte aber eines mit den Jahren zuzuhören und sich kostbar für machtvolle Männer zu machen und dadurch hat sie sich Stück für Stück ihre Lebensgrundlage, äh, erarbeitet, bis sie dann eben in Brand gesetzt wurde von Lord Laris und das fand ich auch interessant, weil, ich mein, klar, Laris ist ein Hochgeborener, aber trotzdem mit seinem Klumpfuß, hast du nicht das Gefühl, dass die sich auch, die sind beide so Aufsteiger, ne, also auch ähnlich wie Baelish in, in Game of Thrones. Ja, Laris hat auch, finde ich, so diese, der hat auch diese Baelish-Vibes. Ja, total, auch schon mit seinem eigenen Wappen. Ich hasse diesen kleinen Fuß, Fuß-Fetischisten. Ja, ja. Also, der ist, der ist so, unangenehm, der hat, der hat auch so, der ist schmierig, ja, das ist, das ist, das ist auch so, so Ding-Vibes, Krima-Schlangen-Zunge und, und wie sie alle heißen, der hat, der ist unangenehm, aber halt, und du weißt halt auch, ja, der ist unangenehm, aber der kann dir auch verdammt gefährlich werden. Ja. weil der einfach auch wirklich so viel Einfluss hat und wenn es nur so die kleinen Sachen sind, die dir dann wirklich aber trotzdem das Leben kosten können. Ja, der, der hat halt, du musst bedenken, der mit seinem Klumpfuß, der hat gelernt zuzuhören, weil es halt das Einzige war, was er konnte, ne, der konnte nicht kämpfen, der konnte nicht am, am Schwert ausgebildet werden, er konnte nicht reiten oder sonst was, also, ne, die finden halt alle so ihren eigenen Weg in dieser Welt. auf jeden Fall verdächtigt natürlich, ähm, Mysaria, äh, trotzdem die Hightowers, was ja auch gar nicht so falsch ist, ne, und meint dann, ja, der Hand, also Otto hat es wohl nicht gefallen, als ich ihm Zähne zeigte, ne, also, wir erinnern uns ja, ähm, sie wusste ja, wo Aegon war in der neunten Folge der ersten Staffel und hat dann der Hand äh, zu verstehen gegeben, ja, also, ich weiß eigentlich schon längst, was ihr da macht und ich weiß auch, wo euer Thronfolger ist und wenn ich euch das sage, dann, dann, äh, hier, beendet ihr mal diese komischen Kiddie-Fightclubs hier in, äh, in Flohloch, ne, also, die hat es ja durchaus sogar eigentlich für einen guten Zweck in Anführungsstrichen verwendet, ne, und, äh, es war schon interessant, also, äh, Mysaria sah man zwar selten, aber ich fand diesen Auftritt von der damals in der neunten Folge echt toll, weil du da wirklich gemerkt hast, was die eigentlich in Wahrheit für eine machtvolle Person ist, ne, ich meine, die wusste wirklich von allem, obwohl die da alles geheim gehalten hatten, ne, unter Verschluss und die wusste wirklich absolut über alles Bescheid. Sie sagt dann aber, dass ihr Otto eigentlich sogar dankbar ist, für diese Nummer, auch, dass sie da ausgeräuchert wurde, weil sie hat jetzt mittlerweile registriert, sie kann noch so sehr aufsteigen, sie kann noch so sehr Einfluss gewinnen, sie wird im Grunde genommen niemals ernst genommen werden und hätte auch am Ende des Tages genauso gut eine einfache Hure bleiben können, ne. Genau, ja, das ist halt, weil du halt nicht, von hohem Blute abstammst, das ist einfach auch genau das, was ich, als ich sie dann gesehen habe, wo ich dachte, okay, das hat schon so leichte Spiegelbild-Vibes. Ja, ja, auch zu Rhaenyra selber, ne, also, sie kann machen, was sie will, sie wird niemals akzeptiert werden, weil diese Welt komplett, äh, patriarchalisch ist und, äh, Frauen einfach nichts gelten und schon gar nicht auf dem Thron, ne, oder in der Thronfolge, ja. Man, man hat auch gemerkt, dass das Rhaenyra sich so ein bisschen anfing mit ihr zu identifizieren, weil sie fragt sie dann, sie, also, da fand ich ein bisschen komische Szene, die fragt die völlig unvermittelt, ja, woher stammt eigentlich diese Narbe? Mhm. Weiß gar nicht, wo, wo hatte die eine Narbe? Irgendwie am Kinn oder was, ne? Ja. Oder war es an den, an den Augen an der Seite? Ich weiß gar nicht. Also, also, ich konnte mir da jedenfalls nicht so wirklich Reim drauf machen oder hat Daemon die mal irgendwann geschlagen oder so vielleicht in der ersten Staffel, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ähm, ist jetzt aber auch, also, eine Antwort bekommt Rhaenyra gar nicht an der Stelle und, ähm, dann haben wir eine ganz, ganz kurze Szene, nochmal mit Adam, der, äh, da irgendwie im Watt rumkreucht und, äh, Krabben sucht und dann auf einmal, äh, einen Drachen hört und das ist dann wahrscheinlich Baylor auf Seerauch und auch wenn er so ein bisschen alarmiert ist, äh, er ist natürlich Drache, wirkt er dann noch da irgendwie sehr zufrieden und ich kann's mir nur so vorstellen, dass er halt sieht, oh, da sind eventuell welche aus meinem Geschlecht, die jetzt die Drachen reiten, ne? Ja, ich hatte zwar auch irgendwie gehofft, dass Mr. Krabs wieder räumt, aber Mr. Krabs ist ja halt leider Geschichte. Der ist tot. Oder das, ja, ich weiß, oder das ein, was weiß ich, der Cousin von Mr. Krabs noch kommt, aber wenn er den Krabbe rausholt, dachte ich, ach, es ist so schade, dass ihr den habt, so schnell sterben lassen. Ja, ja, Mr. Krabs ist, äh, der Darth Maul dieses, äh, dieses Franchises, also, mega. Auch, 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 auch die Art und Weise, wie er gestorben ist, endet eigentlich sogar sehr Darth Maul, ne? Aber egal. Ähm, egal. Wer auf jeden Fall, äh, sehr viel weniger zufrieden ist mit seinen Untergebenen, ist Aegon. Wir springen nämlich wieder nach King's Landing, äh, und in die Straßen, und, äh, eine Frau wird dann aufmerksam auf, äh, gehängte an der Stadtmauer, oder auf jeden Fall innerhalb der Mauern, äh, und das ist wohl niemand Geringeres als ihr Sohn, und das registrieren dann auch immer mehr andere Frauen, die da niederfallen, wehklagen, tja, also, da hängen halt überall welche, und da wird dann die Frage gestellt, ja, was, was ist das denn? Ja, das sind die Rattenfänger im Dienste des Königs. Äh, das heißt, Aegon hat wirklich, weil er anscheinend den Namen desjenigen welchen nicht rausfinden konnte, weil es, das hat ja, glaube ich, auch hier Blut, bevor er ihn da totgeknüppelt hat, gesagt, hat er vorsorglich sämtliche Rattenfänger hängen lassen, und auch noch so, dass es jeder sehen kann, ne? Juck. Also, das, das fand ich ja auch sehr interessant in der Szene, im Hinblick jetzt halt auf den Vorteil des Zuschauers, im Buch heißt es, die haben den Rattenfänger nie gefunden, und Aegon lässt sie dann auch alle aufhängen, und daraufhin lässt dann, äh, die Hand, also Otto Hightower, lässt dann, äh, 100 Katzen in die Feste bringen, um eben halt die Rattenfänger zu ersetzen, ne? Also, die haben da wohl echt ein Problem schon mit Ratten. Ah ja, gut, bei den hygienischen Zuständen ist das keine Frage. Ja, 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 sicher, klar, das, ja, kein Wunder, aber, ähm, also während das in der Vorlage halt offen bleibt, wer das jetzt war, also man kann sich zwar denken, dass der wahrscheinlich mit erwischt wurde, äh, hier ist es eindeutig, ne? Weil wir sehen da nämlich kurz diesen Hund, der ja mit in die Kanalisation gegangen ist, und der scheint da sein Herrchen an der Mauer zu erkennen, und, äh, dann sehen wir auch, dass er das wirklich ist, ne? Also, haben sie ihn erwischt. Finster und bitter. Und, ich hab in dem Moment, ich greife jetzt wieder etwas voraus, in dem Moment wirklich auch gedacht, ich weiß, wer gleich, falls es jetzt dann kommt, direkt ausrastet und fragt, sag mal, bist du eigentlich total bescheuert? Ja, ja, ja. Und, wer ist das natürlich? Äh, Otto. Otto, der, äh, in, äh, die Gemächer, ähm, also in die königlichen Gemächer kommt, äh, die Dina, das ist mir beim zweiten Mal auch erst aufgefallen, die bringen da anscheinend die Trümmer der Modellstadt weg, ne? Mhm. War auch ein schönes Detail, jedenfalls stehen da Aegon und Zerkriston und Otto ist sofort so, Aegon, was hast du getan? Und der ist auch richtig aufgebracht. Und ich muss sagen, ich find diese Szene von Rise Ithens so geil gespielt, weil hier kommt so viel raus an Emotionen bei dem, wie schon lange nicht mehr, ne? Ja, also so, wie er sich die ganze Zeit zurückgehalten hat, so explodiert er, also für seine Verhältnisse in dem Moment wirklich, weil das, was sie jetzt halt aufgebaut haben, oder was er versucht hat aufzubauen, hat er komplett, also nicht ganz, aber, sagen wir mal, 90 Prozent wirklich Toilette runtergespült, ne? Ja, oder in Trümmer geschlagen, ne? Um bei der Modellstadt zu bleiben. Oder in Trümmer geschlagen, ja. Genau. Also er, er ist dann, er nimmt sich dann auch wirklich kein bisschen zurück, ne? Also Aegon weiß er nicht hier, ich hab die Rattenfänger aufgehängt, weil wir kannten halt den Namen nicht, also machen wir rein Tisch. Und Otto halt wirklich, also er beschimpft den halt wirklich als Idioten, und Christon muss den dann schon ermahnen, von wegen, hey, ihr sprecht hier mit dem König. Und Otto dann so, ja, der König ist mein Enkel, mein Enkel ist ein Narr, ne? Und dann zeigt er auch wirklich mit dem Finger auf ihn, hier, ihr habt Unschuldige getötet, wisst ihr eigentlich, was da draußen los ist? Jeder kann es sehen, da stehen Frauen, Mütter, Schwestern, die da, äh, wehklagen und mittlerweile den Namen des Königs verfluchen, ne? Mhm. Und er merkt dann, dass er dann aber da vielleicht doch dann ein bisschen laut wird und dann doch besser die Tür schließt. Und, äh, du hast schon recht, er sagt dann wirklich, äh, äh, du schlägst dir praktisch alles in Trümmern, was wir, äh, zuletzt jetzt für dich geopfert haben. Also mit dem, mit dem Blut deines Sohnes Genau. haben wir die Anteilnahme des gemeinen Volkes erkauft und mit den Tränen deiner Mutter und du wirfst beides weg. Und Aegon rechtfertigt sich damit, ja, aber immerhin tue ich überhaupt irgendwas. Ich will nicht ihr schwach aussehen. Ihr, äh, von wegen, äh, euer, euer Scheißprotokoll interessiert mich nicht. Ich will nur noch Rache. Ja, das ist halt auch wieder das Mega, also Mega dann diesen, ja, diese Schlussfolgerung zu sagen, ähm, ja, die ganze Sympathie, alles, was wir jetzt aufgebaut haben, hast du jetzt gerade eben wirklich zerstört mit deiner bescheuerten Jagd auf, auf den, den, den Rattenfänger. Was man zwar natürlich aus der, äh, Sicht von Aegon natürlich absolut verstehen kann, aber taktisch war das wirklich absolute Kacke. Das ist dumm. Ja. Aber da merkst du eben dran, der ist, der, der hat, der hat, der sollte öfter mal auf seine Hand hören. Also Otto Hohenturm ist ein hinterhältiger Arsch, aber, äh, äh, ein raffinierter Arsch zumindest. Und, äh, obwohl Aegon hier einen geilen Satz hat, der ist aber auch wirklich aus dem Buch I want to spill blood, not ink, ne? Also von wegen, er will Blut vergießen und nicht irgendwie tausend Lords anschreiben, äh, um dann irgendwie zu verbreiten, was Rhaenyra für eine grausame Mörderin ist. Äh, ja, aber genau das müsste er tun, ne? Weil Otto schickt ja schon die ganzen Raben raus, verbreitet diese Fake News und, äh, ja, die ganzen Häuser, die noch geschwankt haben, die werden sich jetzt wohl eher ihr anschließen. Richtig. Wenn die mitkriegen, wie grausam ihr seid. Und dann kommt noch was obendrauf, als wäre das noch nicht genug für Otto, der ist ja wirklich, der kriegt sich ja gar nicht mehr eine dieser Folge hier. Also Aegon brüstet sich dann mit, Kristen Cole hat im Gegensatz zu euch was getan. Er hat, äh, Saaric geschickt, um Rhaenyra zu töten und Otto ist da echt so, also du denkst dir gleich, gleich verliert er den Verstand, ne? Der ist wirklich so von wegen, der hat den alleine zu, äh, dahin geschickt. Wow, dieser Plan, der gibt sich als seinen Bruder aus. Mensch, der hätte ja von mir sein können. May, may all the gods help us oder so was. und, oh, also ich, ich, ich finde es so geil wie, also es ist, es ist manchmal fast schon ein bisschen Theater-Schauspiel, aber Rice Iphons legt hier so, äh, Energie in jede Silbe, ne? Mega. Also es ist auch wirklich, wirklich, wirklich richtig. Ich hatte auch mein, mit dieses, also unter anderem, mit, mit dieser, mit diesem Szenario wirklich meine helle Freude, weil auch, weil auch Cole da steht als und, und nicht so genau weiß, was soll ich jetzt eigentlich machen, weil die zwei schreien sich an und eigentlich muss ich dem König ja beistehen und, äh, wie gesagt, er hält zwar auch so ein bisschen ein, aber erzähl du erst mal weiter, dann komme ich, ich komme auf den Punkt, komme ich nochmal. Ja, ich, ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht gerade der größte Freund von, äh, Fabian Frankel, also hier, äh, Kristen Cole und du merkst auch schon, ja, er steht da eher so ein bisschen basic rum, während Rice Iphons, äh, zeigt, was Schauspiel ist und, und, äh, Tom Glyn Carney versucht da so ein bisschen mitzuhalten, ne? Es ist also, äh, vor allem, was Otto damit am meisten aufregt, also nicht nur, dass er den Planhunds dumm findet, äh, obwohl er eigentlich raffiniert ist, ne, aber er kommt ja auch nicht von Aegon, äh, sondern, äh, dass er das einfach so in die Wege hat leiten lassen, ohne ihn oder den Rat vielleicht mal zu konsultieren und dann wird ihm so langsam, also, der, der Platz jetzt wirklich halt der Kragen, was Aegon angeht, von wegen, hier, dein Vater hatte Recht und hier, Viserys, ja, er hat den wahrscheinlich, natürlich, er hat den manipuliert, aber Viserys war halt ein ganz anderer Typ, der, der war zumindest irgendwie nachsichtig, mitunter auch klug und, und hatte irgendwie sowas wie gewisse Würde und Aegon nur noch so, fuck Dignity, ne, also, scheiß auf Würde, ich will nur noch Rache, ich will nur noch Blut, dann, dann haut ihm halt Otto vorn, und hat's, ja, eigentlich hier, dein Vater hatte Recht, was dich angeht, ne, und Aegon will sich das dann auch so schön rennen mit, ja, aber hier, er machte mich zum König, oder, das, die, die Reaktion von Otto ist so geil, wo er, äh, hier, wo er da so gehässig lacht und sagt von wegen, ja, das denkst du wirklich, das denkst du wirklich, dass er dich zum König gemacht hat, ne, weil er weiß das nämlich ganz genau, dann will Otto eigentlich schon gehen, also, wirklich schon so abdampfen, bevor er jetzt wahrscheinlich noch explodiert, bis Aegon dann ihm seine Macht demonstriert und sagt, ja, Ser Otto, gib mal euer Abzeichen her, ne, ja, in seinem Gesicht, also in Rai's Iphons Gesicht sieht man dann auch, dass Otto das anscheinend schon hat kommen sehen, und Aegon spricht dann hier genau das aus, was Laris ihm in der ersten Folge in den Kopf gepflanzt hat, ja, Ser Otto, ihr seid, äh, ihr seid die Hand meines Vaters und nicht meiner, ne, und, äh, dann als Krönung des Ganzen darf Otto nicht nur, also er darf nicht nur das Abzeichen abnehmen, er darf es auch Kristen Cole geben. Meinst du, Cole hat es geplant? Äh, nein, ich glaube nicht. Ich meine, er guckt sehr überrascht, aber allein so diese, diese, diese Aktion halt auch, die, die Zwillinge da auf, äh, Drachenstein, also, den einen Zwilling, da auf Drachenstein zum Mod zu, äh, in Anführungsstrichen zu überreden, da habe ich mir bei der Szene dann gedacht, kann der das vielleicht geplant und tut jetzt einfach nur so ein bisschen schockiert? Hm, ja, ich glaube, so raffiniert ist der nicht und das ging ihm vor allem, also, du darfst nicht vergessen, dass, äh, mit Ser Arig, das ist letzten Endes, das ist, äh, seine persönliche Fede mit Rhaenyra in allererster Linie. Natürlich erhofft er sich dadurch, dadurch Vorteile, also, aber eher bei Alison, glaube ich, nicht so bei Otto. Nee, bei Otto, nee, ich klar, ich habe nur überlegt, ähm, dass, dass er einfach Otto aus dem Weg haben will, um A selber schalten und walten zu können und dann dachte ich mir, ja gut, vielleicht hat er das tatsächlich irgendwie, irgendwann mal geplant, weil, hm, wie gesagt, deswegen dachte ich, weil, weil, wie gesagt, zu ihm passt dieser, dieser Strippenzieher-Move nicht und dann dachte ich so, als Endresultat tatsächlich, hm, vielleicht hast du das tatsächlich irgendwie geplant, um A mehr Einfluss zu haben, also noch mehr und auch näher bei der, bei Alison zu sein und vielleicht auch Egon so ein bisschen, ähm, ja auch noch so in seine Richtung hin zu beeinflussen, klar, dass der, dass der auch auf Blut aus ist, keine Frage, aber ich dachte noch, naja, vielleicht möchte er einfach seinen Wirkkreis etwas erweitern, also noch mehr erweitern. Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn jetzt so, also das kommt ihm bestimmt gelegen, aber du darfst nicht vergessen, der ist ja, der hat ja schon eine wirklich hohe Stellung, der ist der Lord, Lord Kommandant der Königsgarde, ne, der ist, der ist der oberste Leibwächter eigentlich von Aegon. Ja, aber als Hand bist du da halt nochmal, also da bist du ja nochmal drüber, das ist ja, ein, ja, das ist doch, Karrieresprung sozusagen. Ja, 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 als Hand, also, also, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Kristen Cole, aber, äh, für das der eigentlich der Sohn eines Kämmerers aus Dorne ist, jetzt, also die Hand des Königs ist ja der zweitmächtigste Mann im Reich, also er ist praktisch der Vizekanzler, ja, das ist schon was, und Aegon, äh, also, das ist auch ein bewusster Affront, glaube ich, auch gegen seinen Großvater, äh, Otto, äh, er sagt dann, ja, hier, äh, Kristen Cole hat mit seiner Aktion, da hat, hat er seinen Wert gegenüber tausend alten Männern mehr, äh, mehr als unter Beweis gestellt und er sagt dann auch, seine neue Hand wird nicht nur eine Hand, sondern eine Stahlfaust sein. Die zuschlägt, ja. Ja, richtig, ja, und es passt auch zu Kristen Cole, ne, wenn man überlegt, wie heißblütig der teilweise ist, ne, äh, Otto ist dann noch so, ja, das wirst du noch irgendwann bereuen, du, du kleiner Scheißer, ne, also, unverschämten Bengel nennt er ihn, glaube ich, sogar an einer Stelle, so flucht er in sich rein, darf, äh, Kristen Cole den Pin vor die Füße werfen und Aegon, äh, also, beim Rausgehen entlässt er Otto tatsächlich auch komplett aus seinen Diensten. Tja. Wir begeben uns, äh, dorthin, wo, ja, eben der Ort des Geschehens ist, nämlich nach Dragonstone, wo, äh, wir kurz Ser Eric, mit Rhaenyra sehen, wir müssen uns jetzt ein für alle mal merken, die Schwarzen haben Ser Eric und die Grüne haben Ser Eric und einer von beiden, ich weiß nicht welcher, hat einen kürzeren Bart als der andere. Damit kann man sich's vielleicht merken. Auf jeden Fall wird hier Rhaenyra gezeigt, wie sie mit Ser Eric, äh, bei Mysaria steht und, äh, die hat jetzt wohl nachgedacht, also Rhaenyra, die weiß immer noch nicht, ob sie ihr wirklich trauen kann, aber sie hat sich überlegt, ja, hier, äh, Daemon hat, das Wort meines Hauses gegeben und deshalb entlassen wir dich in die Freiheit, aber nicht einfach so, sondern hier im Hafen ist ein Velaryon-Schiff, das, äh, das ist auf dem Weg nach Pentos und wird dich irgendwo in Mühe absetzen oder auf jeden Fall rüber nach Essos, ne, also völlig, völlig weg aus Westeros und, äh, das will sie ihr gewähren. Ser Eric, äh, soll sie zum Schiff eskortieren, das macht er dann aber, glaub ich, gar nicht, ne? Ne. Ähm, sondern irgendein anderer. Genau, sie soll generell zum Schiff gebracht werden, so. Dann haben wir eine wirklich tolle Totale von Dragonstone einmal, wie ich finde, generell Dragonstone ist, glaub ich, einer, eines, einer meiner Lieblings, äh, Schauplätze. Ja, ist wirklich geil, das stimmt. Die, die erkennst du auch wirklich sofort, äh, zehn Meilen gehen in den Wind. Äh, Mysaria wird zum Schiff gebracht von einer Wache und, ähm, ihr kommt dort ein Tross entgegen aus, ja, ich glaub, das sind irgendwie Leute, die Vorräte und sowas auf die Insel bringen, ne, von einem, von einem Schiff und, äh, dann sieht sie auch, also, das sind, das sind irgendwie Bauern oder was auch immer, Bedienstete, keine Ahnung und darunter ist ein einziger Ritter, nämlich, äh, Saaric, der ja, äh, sich da, äh, vonschleicht und Mysaria sieht das kurz, bleibt dann kurz stehen und denkt sich so, den Typen hab ich doch gerade eben noch bei Rhaenyra gesehen, wie kann das denn sein? Dann ruft sie den Soldaten zu sich, das sehen wir dann aber nicht mehr, was passiert, denn wir konzentrieren uns jetzt ganz auf Saaric, der, äh, auf die Burg zugeht und, ja, äh, jetzt eben vorhat, sich, äh, als sein Bruder auszugeben und, äh, sich Zutritt zu verschaffen und das klappt auch, auch wenn die Wachen sich wundern, warum er außerhalb der Burg ist, weil sie hatten eigentlich, also ihr Status war wohl, dass der, ja, im, in, in, in der Festung ist, ne? Aber er kommt dann relativ leicht rein, das wird dann kurz geschnitten mit, also wir haben dann immer mal so ein, so ein Gegenschnitt jetzt von wegen, wo ist Saaric, wo ist Rhaenyra und Rhaenyra, äh, ist in ihrem Gemach, scheint auch ziemlich fertig mit den Nerven, äh, hat dann auch so eine, so eine Zofe bei sich und, äh, ja, die, die wirkt ziemlich müde, ne? Also die scheint, das wird ja dann später erwähnt, die scheint irgendwie auch schwer Schlaf zu finden, aktuell, hat dann, hat dann so eine, so eine Zofe bei sich, die irgendwie Elinda heißt und eine, eine Stelle fand ich da ein bisschen komisch, da ist ja, also, äh, diese, diese Magd oder Zofe von ihr, die will irgendwie ihr die Haare flechten und Rhaenyra läuft ihr dann irgendwie weg. Ich hab das eher so interpretiert, so von wegen Schlafmangel, also komplett überreizt und, ich denk aber auch, dass sie unbewusst vielleicht auch so dieses, dieses Paranoide langs, langsam ein bisschen kriegt, weil du ja auch nicht weißt, ja, ob die jetzt vielleicht doch irgendwie bezahlt worden ist und dann willst du vielleicht auch niemanden so direkt nah an sich ranlassen, weil sie halt immer Schiss hat, okay, gut, da könnte sie mir jetzt trotzdem irgendwas, äh, ein Dolch oder sonst irgendwas reinrammen. Ja. So hatte ich's, ja, also so ein bisschen paranoid, was natürlich auch Schlafentzug und, was man auch vollkommen verstehen kann, unter den Umständen, ähm, da halt auch natürlich noch zu beiträgt. So hab ich's interpretiert. Einfach so dieses, äh, einen gewissen Sicherheitsabstand hätte ich schon gern. Ja, das, also ich mein, sie hat ja auch schon gesagt, die Wachen hier, äh, sowohl auf Driftmark als auch hier auf Dragonstone sollen ja auch verstärkt werden, ne? Aber trotzdem fühlt sie sich nicht sicher, also sie rechnet halt ständig mit einem Racheakt und diese Zofe kann ja eventuell auch, ne? Aber, äh, das Ganze wird, äh, dann wie gesagt, gegengeschnitten mit Sir Arik, der, äh, durch die Feste läuft und dann einmal fast in seinen Bruder rein und sich hinter einer Säule verstecken muss. Ich, ich muss sagen, ich fand das sehr geil inszeniert, wie die beide um diese Säule da irgendwie kurz herumtänze. Ne? Also, du, du, du hast wirklich das Gefühl, der eine taucht hinter der Säule auf und der andere vor. Das war schon ganz cool gemacht, fand ich. Und, äh, man kann's jetzt, ich hab's ja in meinen Notizen stehen, äh, Sir Arik nimmt dann wirklich den Helm ab und man sieht, er hat den kürzeren Bart. Okay. Äh. Da hab ich nicht drauf geachtet. Aber gut, auf der anderen Seite ist das, angesichts dessen, was jetzt hier gleich passiert, noch notwendig, sich zu merken. Naja, äh, jedenfalls geht er dann weiter. Also, Sir Arik geht dann auch durch die Halle mit dem Eroberertisch, wo irgendwie auch Leute grad den, also die, diese Kerzen darunter hervorziehen, womit man den ja erhält, ne? Der ja einfach nur fucking, fucking toll aussieht. Ich wollt's jetzt nicht grad erwähnen, aber ich muss es auch sagen, ja, das, das Wahnsinn. Wer sich das hat einfach... In der, in der letzten Folge da, ne? In der letzten Folge. Brutal. Das sieht so mega aus. Ich will das auch. Ja, sie, sie haben den wahrscheinlich auch irgendwie, also da könnte zwar auch mit CGI nachgeholfen worden sein, aber, äh, ich glaub, also diesen Tisch haben sie wirklich gebaut. Das sieht, das sieht geil aus. Ja. Äh, jedenfalls kommt Sir Arik dann, also er entgeht noch mal seinem Bruder, der da irgendwie lang gestiefelt kommt, äh, nähert sich dann dem Gemach, hört dann auch schon Rhaenyra und, äh, ihre, äh, bedienstete Elinda sprechen, äh, beobachtet das so ein bisschen durch die Tür und dann schließt er eine Tür ab. Äh, da hab ich aber erst nicht verstanden, welche Tür er da abschließt, weil das ist nämlich eine Hintertür, glaub ich, ne? Die Rhaenyra dann später nicht mehr aufkriegt. Genau. Das, ja, das, das war mir nicht so ganz klar beim ersten Mal. Man muss schon, man muss schon echt aufpassen und diese Festung ist halt auch sehr dunkel, ne? Äh, äh, also Ser Aaric hat jetzt seinen Plan, währenddessen, äh, legt sich Rhaenyra hin. Vor ihrer Tür steht jemand, den wir in der ersten Staffel auch schon gesehen haben, nämlich Ser Lorent. Und, äh, der grüßt, äh, Ser Aaric, hält ihn natürlich für seinen Bruder Ser Aaric und, äh, Aaric sagt dann zu ihm, ja komm hier, äh, ich, ich find grad nicht so wirklich Ruhe, lass, lass mich mal Wache halten. Und Ser Lorent nimmt das dann natürlich beim Wort, warum auch nicht, ne? Und, äh, im Innern sehen wir, ja, wie gesagt, dass, dass Rhaenyra schlecht Schlaf findet und, äh, Elinda bietet ihr dann, glaub ich, auch ein Schlafmittel an. Aber, äh, jetzt findet sie erst recht keine Ruhe mehr, weil, ja, Aaric, äh, vor der Tür steht. Dann so kurz, glaub ich, im Konflikt mit sich ist, ob er's wirklich machen soll. Wir haben eine relativ lange Einstellung von ihm, wie er da steht, ne? Ja, er, er zweifelt auch schon so ein bisschen. Aber, ähm, grad so, was ich ganz gut fand, ich kann auch sein, dass ich das wirklich überinterpretiere, aber so dieses, soll ich den Mäster fragen, ob er ihnen nicht einen Schlaftrunk zubereitet, ist, das ist auch schon wieder was, wo ich, wenn ich die Königin wär, schon gedacht hätte, okay, ich glaub, ähm, besser du, gehst besser mal raus. Ja? Ja, ja. Ähm, das ist auch so ein kleiner Punkt, wo ich gedacht hab, hm, vielleicht wär ich selber Paramount und seh schon hinter allem ne Verschwörung. Aber ist so. Also, das fand ich, das fand ich, ein kurzer Moment, wo du schon wirklich so als Zuschauer zweifelst und denkst, okay, gut, die hat vielleicht doch was vor. Ja, auf jeden Fall, äh, Aaric, äh, fällt dann seine Entscheidung, kommt herein und auch direkt auf Rhaenyra zu und die hält ihn natürlich erst vor seinen Bruder, bis er dann seine Klinge zieht und sagt dann, believe me, I had no choice. Äh, also von wegen, er ist wahrscheinlich auch, er wird natürlich auch unter Druck gesetzt von Kristen Cole, ne? Jo. Darf man auch nicht vergessen, aber, äh, ja, er kommt dann nicht so wirklich zum Stich, weil, äh, die Tür öffnet sich nochmal und hinter ihm steht sein Bruder und fordert ihn jetzt zum Kampf. Beide umkreisen sich, beschimpfen sich gegenseitig als Verräter, glaub ich, oder der eine auf jeden Fall den anderen. Ich kann die echt schwer auseinanderhalten. Und, äh, Aaric ist dann fest entschlossen, also der, der versucht wirklich schon an Rhaenyra ranzukommen und Aaric ist der Einzige, der dazwischen steht. Rhaenyra hat dann noch so, also Linda, die kann, glaub ich, auch noch so irgendwie in Deckung gehen und die soll so schnell wie möglich Ser Lorent holen, also der gerade bennen gegangen ist. Und der kommt dann auch gleich im Schlafanzug rein mit Schwert. Rhaenyra macht sich unterdessen selber auch ein bisschen, also die, die nimmt die Beine in die Hand und verschanzt sich hinter Ser Aaric. Die beiden Brüder, ja, die kriegen sich jetzt richtig an die Köppe, ne? Ja, da geht's ordentlich zur Sache. Da sieht man auch mal wieder eine Qualität von so, äh, nah oder, oder Handkämpfen, äh, benutzt die Umgebung dafür, ne? Das, das ist so die, die absolute Devise. Aaric schafft es dann irgendwie, seinen Bruder zu Boden zu schlagen und versucht dann aber sogar echt noch mit dem Schwert irgendwie nach Rhaenyra zu lang, fällt aber dann irgendwie, das fand ich einen Moment ein bisschen unfreiwillig, fällt der in eine Art Blumentropf oder sowas? Ja. Da musste ich kurz lachen, irgendwie, das war ein bisschen seltsam. Ich meine, die Szene ist ja wirklich nicht lustig, ne? Rhaenyra kauert sich dann hinter einer Mauer irgendwie so zusammen, also man merkt, die ist richtig eingeschüchtert, ne? Die ist da vollkommen überfordert mit, äh, während diese beiden Brüder sich umkreisen wie Löwen im, im Käfig, äh, bis dann Selorent dazu kommt und, äh, Rhaenyra dann halbwegs so ein bisschen Sicherheitsgefühl gibt, aber Rhaenyra will dann eigentlich aus dem Raum raus und ja, die Tür ist abgeschlossen. Und, äh, Selorent kann sie zwar beschützen, aber hat jetzt auch ein Problem. Ja, wer von beiden ist denn jetzt Herr Eric, ne? Das ist eine gute Frage. Ja. Ja, hast du, also du, du, du hast glaube ich wahrscheinlich auch mal Probleme gehabt, die auseinanderzuhalten, ne? Absolut, absolut. Ich finde es auch schon furchtbar, dass die einfach wirklich den gleichen Namen haben, bloß halt einen anderen Anfangsbuchstaben. Das hat mich immer so dermaßen, ich hab die als Single gedacht, um Gottes Willen. Ja. Aber die Idee ist halt, das so zu konstruieren, ist halt saugut. Mhm. Ja, definitiv. Also, äh, die kämpfen dann auch wirklich, äh, also irgendwann haben die, glaube ich, auch gar keine Schwerter mehr griffbereit oder, oder sich irgendwie gegenseitig aus der Hand geschlagen und gehen dann über zu Faustkampf und, äh, auch schon Strangulation, ne? Und, äh, weiß ich nicht hier von wegen, ja, wir kamen zusammen auf die Welt, aber wir haben uns jetzt irgendwie entzweit und während der eine, äh, also ich, ich glaube, Eric, Eric, äh, würgt, sagt er dann, aber ja, ich lieb dich ja immer noch, Bruder, und der haut ihm dann, ich glaub, der sticht ihm irgendwie mit dem Finger oder was in die offene Wunde oder mit der Hand auf jeden Fall, ne? Ja, schlägt auf jeden Fall nochmal drauf, ja. Ja, es ist schon sehr, sehr unangenehm an der Stelle, aber der schafft es dann, äh, also der, der kippt um, aber der kriecht dann noch so nach seinem Schwert, was irgendwie ein bisschen weiter weg ist, kriegt es zu fassen, will seinen Bruder töten und der kommt ihm zuvor und durchbohrt ihn mit seiner Klingel. Tja. War ein guter Kampf eigentlich, ne? Mhm, war toll gemacht, war spannend, war einfalls, war einfallsreich und nett, nur einfach nur mit den Schwertern draufhauen, sondern, ja, wie du schon gesagt hast, da ist alles zur Hand genommen worden, was irgendwie den anderen verletzen kann. Und, äh, du siehst auch durchaus, wie ähnlich die sich sind in ihrem Kampfstil auch so ein bisschen, ne? Ach, ist furchtbar, du kannst die nicht auseinanderhalten, also nein, ist nicht furchtbar, das ist geil gemacht, keine Frage. Ja gut, ähm, ich, 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 guck mal, irgendwie der Schauspieler heißt, Elliot Tittensore. Elliot Tittensore, ja genau, Elliot Tittensore. 3. 34 ist der. Mit, mit, mit dem Namen bekommst du eine Rolle in Game of Thrones. Irgendwie sieht der eher aus wie Evan Mitchell, der Typ. Und Luke Tittensore ist der Bruder. Ach, und der war auch schon in, der war auch schon in Dunkirk, okay, wie, wie viele Schauspieler sind die eigentlich aus Dunkirk drin? Krass, der ist 1,85, das Gesicht. Weil, weil, äh, Tom Glynkani ist nämlich auch aus Dunkirk, ne? Okay. Also wir haben jetzt, Sven und ich haben jetzt gerade mal kurz nachgeguckt und, äh, es sind jetzt Brüder, oder? Ja, es sind Brüder. Also Elliot, äh, Achtung, Tittensore und Luke. Tittensore, ja. Ich wollte den Namen unbedingt nochmal sagen und, äh, dass man hier Titten sagen darf, ist ja auch mal ganz schön. Na gut, also ich meine, von dem einen haben wir jetzt nicht mehr viel gehabt, zuletzt. Und, äh, von dem anderen jetzt auch nicht mehr wirklich, weil, äh, ja, der bringt den zwar um und, äh, Erik, äh, ist dann aber nicht nur angeschlagen, während, Seloren immer noch vor Rhaenyra steht, sondern sagt dann einfach nur noch, ja, forgive me und rammt sich die Klinge selber in den Wanst, also sprich, er begeht, eigentlich begeht er so ein bisschen Seppuku, ne? Eigentlich wie so ein, wie so ein Samurai eher. Ja, er spießt sich selbst auf, ja. Ja, Samurais haben es noch ein bisschen übertrieben, aber, ja. Er hat sich, er hat sich das halt wahrscheinlich auch nicht selber verzeihen können irgendwie, von wegen seinen Bruder getötet zu haben. Ja, sie sagen ja auch irgendwann zwei Körper eine Seele. Genau. Und ja, dass er ohne seine Hälfte halt nicht mehr leben kann, egal ob er jetzt auf der anderen Seite war und er hat ihn auch noch selber getötet. Ja. Das geht halt auch gar nicht. Und fand ich eigentlich schade. Wir hatten es davor ja schon das gesagt, ich fände es eigentlich geiler, wenn sie die Figur noch beibehalten hätten und du hättest selber rätseln müssen, wer ist es? Ist es jetzt Erik? Mhm. Oder Arik? Oh. Das hätte, das hätte dem Ganzen noch mal, noch mal so eine gewisse Würze verliehen. Was, was aber auch hätte tatsächlich vielleicht auch ein bisschen zu viel sein können, weil wenn du dann noch mal so einen Handlungsstrang aufmachst und wie gesagt, ich weiß ja nicht, was jetzt noch alles kommt. Ja. Da hätte es dann vielleicht, man ist so schon etwas überfordert, finde ich. Also geil, ja. Aber du musst wirklich, wie es halt immer ist bei Game of Thrones oder bei House of Dragon, du musst halt einfach aufpassen. Oh ja, du musst wirklich aufpassen. Also auch wenn du, also so eine Folge kannst du auch nicht nebenbei gucken meistens. Nee, nee, nee. Dafür sind da einfach zu viele Nuancen drin. Also mir ist beim zweiten Mal einfach, sind mir einfach Sachen viel klarer geworden. Ich kann auch sagen, also der Witz ist hier auch wieder, dass sie, also das ist auch in der Vorlage mit den beiden Brüdern, aber da ist nie so richtig, also die, die ganzen Quellen, die da in der Vorlage sind, also Septon Konstanz oder dieser Hofner Pilz, so heißt der wirklich, ja, ein kleinwüchsiger, schwachsinniger. Also die, die erzählen alle verschiedene Versionen, was da jetzt genau der Auftrag war und auch wie die beiden Brüder sich da gegenseitig bekämpft haben. Aber da ist es wohl so, dass der eine, also dass Eric noch irgendwie vier Tage gelebt und dann unter schrecklichen Schmerzen gestorben ist und die ganze Zeit seinen Bruder verflucht hat. Oh, okay. Aber hier haben sie das eigentlich schon ganz konsequent gemacht. Also es heißt dann auch, weiß ich nicht, die sind, die haben sich beide irgendwie in einer brüderlichen Umarmung eventuell gegenseitig erstochen, weiß ich nicht, ohne den einen, ja, ist vielleicht, also viele Zuschauer werden es vielleicht auch begrüßen, dass die beiden jetzt weg sind, weil das war schon ein bisschen verwirrend. Ich muss sagen, ja, man hätte vielleicht noch mehr draus machen können, weil an diesen beiden Brüdern siehst du eben auch, wie dieser Konflikt spaltet einfach auch. Also die werden ja wirklich durch die Grünen, durch die Schwarzen entzweit und das auch schon von Anfang an. Also man darf nicht vergessen, der eine hat den anderen schon wirklich vorsätzlich im Stich gelassen in der neunten Folge damals. Also nicht nur, dass er dem nicht zur Hilfe kam, sondern dass er wirklich weggegangen ist, während der da gegen Christen Cole gekämpft hat. Aber gut, die Arik-Brüder, oder nee, nicht, Kagel-Brüder, genau, Kagel heißen die beide, hört sich ja auch an wie eine Autofirma, ne? Die sind Geschichte und Rhaenyra ist, ja, doch relativ erschrocken, was da in ihrem Gemach passiert ist, wo sie eigentlich nur schlafen wollte. Wer aber immer noch sehr ungehalten ist in King's Landing, ist Otto. Der packt jetzt seine sieben Sachen, während er so, ja, mehr oder weniger vor sich hin flucht, was Aegon angeht. Bei ihm sitzt Alicent und er sagt dann zu ihr, ja, wir wissen doch beide, Aegon muss im Zaum gehalten werden. Und nicht nur, wenn ich jetzt hier weg bin, sondern auch noch er und Christen Cole zusammen das Reich regieren. Ach, du Scheiße. Und Alicent nimmt dann aber Christen so ein bisschen in Schutz von wegen, der ist ja jetzt nicht launisch und seine Ergebenheit steht ja außer Frage. Und Otto dann wieder, also was du auch vorhin meintest, der ist jung, der ist ungestüm, der ist ungeschult, der hat keine Weitsicht. Ist sich der Konsequenzen und der Tragweiten einfach nicht bewusst, was das für Riesenkreise zieht, ja. Genau, also der ist, der ist auch nicht der Richtige für die Hand. Alicent räumt dann aber, also die, die meint, Aegon ist noch formbar, ne, im Gegensatz zu Christen ist Aegon noch formbar und ja, der kocht jetzt hier nur so über wegen dem Tods eines Sohnes. Aber Otto hat halt das Gefühl, dass er trotzdem gehen muss und wohin will er gehen? Nach Alsas, also dem Familiensitz der Hohenturms, wo er ja schon mal hinverbannt wurde von Viserys in der Mitte der ersten Staffel, glaube ich. Und dann ist interessant, was hier erwähnt wird, denn in Alsas sitzt noch jemand, den man in der ersten Staffel, also den zumindest Buchleser in der ersten Staffel vermisst haben werden, nämlich Alicent hat noch einen vierten Sohnemann namens Daron. Der wurde anscheinend aus der ersten Staffel ganz bewusst rausgelassen, weil sie es wohl nicht überladen wollten. Aber ich hatte wirklich gedacht, den hätten die komplett rausgestrichen aus der Story. Aber der ist wohl wirklich so on hold in Alsas und ja, soll da jetzt wohl die Truppen der Hohenturms zusammenziehen. Hattest du wahrscheinlich auch erst mal nicht so auf dem Schirm, dass da noch einer ist. Null. Um Gottes Willen. Und das hört sich auch gerne aus. Wer ist jetzt Daron? Der ist doch noch wieder ein weißer Arsch. Mein Namengedächtnis ist sowieso scheiße. Und jetzt kommen sie nochmal mit einem, der sich genauso anhört. Das ist doch furchtbar. Ja. Aber Alicent droppt noch was anderes, nämlich sie sagt, Otto sollte mehr zu, der sollte stattdessen nach Rosengarten gehen, beziehungsweise Highgarden, wie wir es kennen. Und das ist ja bekanntlich der Ort oder das Königtum der Tyrells, die wir ja aus Game of Thrones kennen. Also sie schlägt das vor von wegen, du musst da hingehen und uns die Tyrells sichern. Und währenddessen versuche ich hier auf Aegon einzuwirken. Und dann ist es interessant, weil die hat ja durchaus immer noch ein enges Verhältnis zu ihrem Vater. Die halten sich dann auch mal so kurz an den Händen und man merkt dann auch, sie fasst in dem Moment dann doch wieder mehr Vertrauen zu ihm und man hat das Gefühl, die sucht auch nach Absolution. Die will irgendwie jemanden ihre Sünden beichten und er will das aber nicht hören. Genau, weil er weiß, was es ist. Genau, weil er sich wahrscheinlich denken kann und ... Oder denken kann, ja. Ja gut, er lässt dann in dem Moment auch wirklich keine Nähe zu und da stößt sie dann auch ab wieder. Also die rauscht dann auch wirklich ohne ein weiteres Wort raus. Und wo geht Alicent hin? Sie geht ins Königsgemach und ja, er lebt dann dort etwas, was wir eigentlich schon hier vorhin erwähnt hatten, wahrscheinlich schon vor einer Stunde oder so. Sie sieht nämlich König Aegon dort alleine sitzen und weinen um seinen Sohn. Und der hat dann irgendwie, ich glaube, er betrachtet dann auch irgendwie Siegelring oder was, an seinem Finger. und sie will auch erst reingehen und ihn trösten. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist seine Mutter, ja. Aber wahrscheinlich denkt sie dann auch, ja, ich weiß nicht, was meinst du, warum hat sie ihn dann doch gelassen? Gute Frage. Auf der einen Seite vielleicht trotz, um zu sagen, oh, weißt du was, jetzt kannst du mich mal. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch, um ihn in Ruhe zu lassen, damit er endlich trauert. Ja. Weil ich glaube, wenn sie reingekommen wäre, hätte er, naja gut, es wäre 50-50 gewesen. Auf der einen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann wieder den, das verletzliche Kind, was er ja im Endeffekt, was er ja wirklich ist, aufrechterhalten hätte, also seine wahre Natur und hätte einfach mal gesagt, okay, jetzt heule ich mich erst mal aus. Ich denke eher, sie wäre gekommen, er hätte die Augen jetzt weggewischt und hätte gesagt, was willst du denn des Königs gemacht? Ja, ja, genau. Der versucht dann Stärke zu markieren. Und dann wieder Stärke zu beweisen und sie hat vielleicht einfach gedacht, ja, wie gesagt, ich bin da wirklich unentschlossen. Ich glaube aber eher, dass sie wahrscheinlich gedacht hat, oh komm, heule ich jetzt erst mal aus und guck mal, dass du wieder einigermaßen auf, auf eine, naja, in Anführung, auf eine kleine, klare Linie kommst. So hat ich mir es gedacht. Ja, sehe ich auch so. Ja, ja. Also ich fand das sehr, sehr stark, dass man, ich meine, selbst Jothrae hat man ja in Game of Thrones auch durchaus so Momente der Schwäche mal zugestanden. Bei wem das nie so wirklich der Fall war, also bis zu einem bestimmten Punkt, hier Ramsey Snow, der hatte höchstens mal so ein bisschen schwächere Momente vor seinem Vater, aber nachdem er den dann liquidiert hatte, war er dann eigentlich nur noch so ein Comic-Bösewicht für mich leider, was ich ein bisschen schade fand. Also der, der hat den gut gespielt, aber der wurde dann immer wirklich zu seinem Bilderbuch-Psycho und da muss ich sagen, da stellen sie Aegon schon hier, also ich hätte nicht gedacht, dass Aegon doch so viele Zwischentöne hat manchmal, also nicht in der Art, wie er sich verhält, sondern in der Art, wie er dargestellt wird eher. Ja, ja, wie gesagt, ich bin halt einfach noch der Überzeugung, dass er halt einfach jetzt gezeigt hat, hey, das ist ein Kind, das ist ein verletztes Kind. Klar ist er größenwahnsinnig und hat dann, klar, ordentlich einen an der Waffel hängen. Der ist ein Holzkopf. Ja, keine, absolut, aber halt auch diese verletzliche Seite und dass du halt einfach in dem Moment auch mit ihm trauerst und auch wirklich Mitleid hast. Also so ging mir das. Ich habe da hingeguckt und dachte, du bist eigentlich schon ein armes Schwein. Tut mir leid. Ja, der tat mir in der ersten Staffel auch mitunter manchmal schon leid, dass er irgendwie, der ist halt das ewige, ungeliebte Stiefkind auch immer gewesen. Aber, Ja, klar, der versucht sich jetzt halt auch zu beweisen, auf Teufel komm raus. Ja, genau. Natürlich auf das, was passiert ist, klar, muss man sowieso reagieren, aber der hat es schon nicht leicht, was jetzt nicht alles rechtfertigt. Auf jeden Fall lässt ihn Mutter Alicent alleine rumheulen und geht dann in ihr Gemach, wo sie dann irgendwie erst ihre Ringe und Ketten und was weiß ablegt und dann sehen wir, dass da jemand auf sie wartet und auch nicht gerade irgendwie auf einem Schemel, um irgendwas auszudiskutieren, sondern Kristen Coe sitzt direkt auf dem Bett. Beide gehen dann aufeinander zu. Es gibt da so einen Moment irgendwie der Uneinigkeit und dann fängt sie an, ihn zu ohrfeigen, mehrere Male ihn von sich wegzustoßen, bis er dann irgendwann die Initiative ergreift, sie gegen so einen Schrank drückt, sie fangen an zu knutschen, er langt ihr unter das Gewand und ja, man weiß, was Sache ist. Sex. Und da muss ich sagen, ich fand, also als Abschluss für diese Folge, fand ich das so ein bisschen, bisschen ungelenk. Also, also der Absprung, der kam auch so ein bisschen, bisschen plötzlich hatte ich den Eindruck. Ja, aber so im jetzt gerade, denke ich so im Nachhinein, könnte es auch, ja, vielleicht interpretiere ich wirklich zu viel rein, könnte es auch so, so eine Machtdemonstration gewesen sein. Ja, ich bin jetzt die Hand, ich kann jetzt eigentlich überall hin, ja, ich kann auch viel mehr machen. Ich komme überall hin, auch unter das Gewand, ja, du sagst es. Und da dachte ich noch, also, gerade eben dachte ich, es stimmt, das ist mir vorhin nicht so aufgefallen, aber jetzt könnte man es schon so deuten, von wegen, ich bin Mr. Everywhere, every time, ever ready. Ja, durchaus, durchaus, ja, ja, also ich, ich fand die Szene jetzt auch nicht schlecht, aber so als Endpunkt, weil, als Endpunkt ist es nicht gut gewählt, das stimmt schon. Wir müssen, wir müssen ja anmerken, und das merkt man wahrscheinlich jetzt auch an unserer Review hier, das ist ja die bislang längste Folge der Serie, die geht ja, glaube ich, fast wirklich 69, 70 Minuten. Ja, da spürt man auch, ich finde sie, ich finde sie manchmal ein bisschen vollgestopft, auch so manche Szenen wirken ein bisschen, die, die hängen so ein klein wenig in der Luft, aber insgesamt, fand ich es doch wirklich ziemlich gut. Und ich lasse dir aber, was jetzt so ein Fazit nochmal zu der Folge angeht, natürlich den Vortritt, Sven. Oh Gott. Also ich muss sagen, ich finde sie bisher wirklich phänomenal. Ich finde jetzt auch keine, was wir jetzt auch schon oft genug gesagt haben, ich fand auch die Filler nett wirklich, ja, man kann sie schon als solche bezeichnen, aber wenn man so ein bisschen mehr, also tiefer in die Materie einsteigt, dann sind die auch gerechtfertigt, finde ich, also sie wirken dann nicht mal als Filler, sondern sie ergänzen oder fügen der ganzen Story nochmal ein paar extra Bonuspunkte hinzu. Mir kam sie gar nicht lang vor. Ich war wirklich da gesetzt und dachte, okay, Moment, was, wie, fertig, das soll die längste sein und gucke und denke, oh, gerade so auch mit der, wenn man sich so drüber unterhält, wenn halt die Recaps sind, dann kommst du immer wieder mal auf Punkte, wo du denkst, stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen oder du überdenkst die ganze Situation und denkst, Moment, das geht eigentlich in eine ganz andere Richtung, als ich vorher gedacht habe. Daher, ja, also die Zeit verging sehr schnell, weil es halt auch einfach auf einem immens hohen Level ist. Ich weiß, ich habe es auch schon kurzen Male gesagt, aber die haben in Staffel 1 die Schachfiguren einigermaßen platziert, jetzt rücken wir immer ein bisschen weiter und was die da abliefern ist, besser geht's nicht, Punkt. Ja, ich bin, ich bin, ich bin auch sehr, sehr begeistert. Also ich meine, Game of Thrones hat ja schon einen hohen Standard gesetzt, aber House of the Dragon kann die nicht nur halten, sondern an manchen Stellen auch wirklich schon, äh, nochmal ausbauen, ne, und, äh, sie, sie geben dem Ganzen, also da, da muss man ja auch sich immer klar machen, das Ganze basiert hier letzten Endes auf einer Art Geschichtsbuch, auch, das heißt, da ist keine wirkliche Tiefe drin und da ist, also, die, die müssen das ja zu Szenen und Figuren wirklich umschreiben, ne, also klar, die Figuren sind irgendwo angelegt, aber, das hat alles nicht so diese, diese Konsistenz einfach, sag ich mal. Mhm. Und, äh, da machen sie schon wirklich einen guten Job mit, auch, dass sie, äh, das, das habe ich jetzt im Nachhinein auch nochmal zu schätzen gelernt an der Serie, weil ich ja jetzt auch, das, das Hörbuch von Feuer und Blut, äh, Intus habe, sie, sie machen das wirklich raffiniert, dass sie von diesen verschiedenen Quellen aus dem Buch von jeder so ein bisschen was nehmen und dann eventuell noch was eigenes hinzugeben, so nach dem Motto, oh, an allem ist ein bisschen was dran, aber das ist das, was wirklich passiert ist, ne, oder das ist das Maßgebliche. Das ist, äh, für mich der, der Reiz an der Serie und, ich muss auch sagen, ich mochte diese sozialkritischen Untertöne in dieser Folge sehr, sehr gerne und ich fand die auch hier überaus angebracht, weil das war wirklich, also ich überlege wirklich mal, äh, äh, Game of Thrones jetzt mal, äh, vielleicht beiseite gelassen, das ist wirklich, das ist eine hochpolitische Folge. Und sie wirkt null aufgesetzt, also, sie, sie stempeln's dir nicht direkt auf die Augenlider oder auf die Augäpfel drauf, sondern sie machen's nebenher und das ist top. Ja, ich, ich bin auch gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass das hier mit diesem, äh, Schmiedemeister Hugh, dass da eventuell noch mehr kommt, so über mehrere Folgen, vielleicht zum Prozess, ne, äh, und das finde ich auch gar nicht schlecht und auch hier mit, hier mit Sir Adam Vararian, ja, das wirkt so ein bisschen, äh, hängt so ein bisschen in der Luft, aber das wird wahrscheinlich im Gesamtkontext auch dann irgendwann deutlich runder wirken, könnte ich mir vorstellen. Eben, das, das, das denke ich auch. Aber insgesamt zur zweiten, also ich hab, ich hab bei beiden auch wirklich den Effekt gehabt, dass die mir, sowohl die erste als auch die zweite, die haben mir mit den Malen wieder besser gefallen tatsächlich. Also sie sind nochmal gewachsen, also nochmal Sachen, die ich jetzt erst wirklich richtig einordnen konnte und so weiter und so fort und, äh, vor allem finde ich, dass diese Folge hier auch sehr, sehr viel über unsere aktuelle Zeit aussagt. Also ob es diese Eskalationsspirale insgesamt ist, ne, also gut, dass jetzt nicht nur auf heutige Gegebenheiten, aber, ja, wie halt Propaganda funktioniert zum Beispiel, ne, oder halt, dass, dass, äh, Fake News verbreitet werden, um so schnell wie möglich irgendwie die Deutungshoheit über die Gegebenheiten zu bekommen und dadurch alles andere ins Hintertreffen geraten zu lassen, dass, keine Ahnung, diese, diese Nachrichten, die da rumgehen oder hier Rhaenyra, diese ganzen Hassbotschaften, das könnten auch irgendwelche Hashtags auf Twitter sein heute. Das sind die heutigen Raben, ja. Genau, das sind die heutigen Raben. Ja, aber ich würde sagen, damit machen wir mal einen Schlussstrich hier. Ich bin echt völlig baff, wie lang das hier geworden ist. Mal gucken, was davon übrig bleiben wird. Ihr dürft uns aber natürlich gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, gerne in die Kommentare schreibt, wie euch die Folge an sich gefallen hat, was ihr noch so für Theorien habt, vielleicht auch Buchwissen, wo haben wir uns vertan, wo habe ich Quatsch erzählt, was haben wir übersehen. Lasst uns das alles gerne wissen, ob nun beim YouTube-Upload oder ganz klassisch auf tele-stammtisch.de. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und wer jetzt noch weiter Recaps hören möchte und nicht auf die zu House of the Dragon warten möchte, kann sich die zur vierten Staffel von The Boys bei Amazon Prime anhören, die hier parallel laufen werden. Ich weiß gar nicht jetzt, wer da am Drücker ist, aber schöne Grüße an die Kollegen. Und damit würde ich sagen, Sven, verabschieden wir uns. Wir hören uns ja noch mal wieder dann zur dritten Episode. Vielen, vielen Dank hierfür, dass das jetzt auch relativ kurzfristig geklappt hat. Und ja, ich weiß schon, warum wir dich letztes Mal dabei hatten und auch dieses Mal. Vielen, vielen Dank. Und damit checke ich schon mal aus und überlasse dir das letzte Wort. Ich habe zu danken und es war mir ein reines Vergnügen. Und wenn ihr denkt, wow, The Boys ist mir zu brutal. Es könnte sein, dass auch jetzt schon, also es müsste auf jeden Fall draußen sein, der zweite Teil von Bridgerton draußen ist. Da bin ich nämlich auch dabei, zusammen mit der lieben Britt-Marie. Und damit genießt euren Tee und ich bin raus. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Was kommt raus mit dem Bridgerton und The Boys zusammenwirft? House of the Dragon. So, ihr habt es gehört. Bis nächste Woche. Valar Morghulis. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.